Da ist er, mein süßes Boy. Boah, ich hab mich voll erschrocken. Ich dachte, wo bin ich denn? Erst mal essen. Nee. Aus. Aus. Ja, aus. Warum hab ich 17 CK-Burger, Alter? Äh, Federdaten, dann ist der komplette Account gebund. Du kannst gar nichts machen. Wie gastes Urlaub. Der ist kalt. Apfelkuchen. Wo man Törtel. Oh, hat so eine Taschelumpe. Okay. Baby, baby. Horst. Wer ist Horst? Wer ist ein Horst? Immer ruhiger streamen. Horst. Wer war Horst? Bubble! Ja, du dicken, du. Was? Wie geht's dir? Was hast du mich schon wieder angerufen? Ja, ich wollte wissen, ob du wach bist. Ja, ich bin wach. Oh, ich bin... Oh, Aua. Ich bin am Würfelpark. Bist du wieder mit deiner Assi-Braut unterwegs? Ja. Nee, dann komm ich nicht im Würfelpark. Die macht mir Kopfschmerzen. Hier ist noch ein anderer Dicker, der uns Konkurrenz macht. Ja, das ist Biggie. Das ist mein Kumpel. Nein. Der heißt Harald. Harald? Ja. Ich komm vorbei. Ja, bis gleich. Steck unser Revier ab, der darf keinen Kuchen kaufen. Das müssen wir dem gleich zusammen sagen. Ja. Halt den fest. Ja, mach ich. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Oh, nö. Bitte nicht, Alter. Bitte nicht. Egal. Nur ein bisschen. Dann gehen wir wieder. Sobald ich einmerk, ein, mein Auge zuckt, ich geh. Allah. Ich hau ab. Kein Bock auf Kopfschmerzen. Der ganze Hingehende Glutscher-Sange, lacht die sich tot, Alter. Puh, 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 puh. Ein geiles Geschoss, Alter. Geile Sau. Heute wird ruhig. Boah. Boah, ich bin ganz ehrlich. Ich hoffe so sehr, dass die Häuser hier alle Yui gehören, Alter. Piggy, piggy, piggy. Ihr kennt schon wieder ein neuer, dicke Charakter. Ich bin Trendsetter, Alter. Nichts zu alle, fuck, Alter. Schwer bei Gott, ich zieh da niemals auf, Alter. Jetzt reicht's mir. Nur 14. Ja, ihr habt ja mir im EP gesagt, ihr seid so Immobilien-Dings. Es sind da voll viele Immobilien. Ich muss finden, wo ich zur Miete wohnen kann. Ja, die Twinkie hat das umgelackieren lassen. Weil die Sau auf mich macht. Trickskar muss getankt werden. Arschlöcher. Alles Arschlöcher. Verpisst euch. Ja, was ist los? Fahren wir ein Rennen? Hallo? Hi, na? Sollen wir ein Rennen fahren? Ich glaube eher weniger. Ready, steady, go! Ja. Erster. Ich habe keine Lecks. Das ist auch ein cooles Auto. Sie ist schon kommen. Heute wird nicht ruhig, doch. Heute wird durch. Oh, Memo, guck mal. Da ist er schon wieder. Die eklige. Ich will nur sehen, da ist ja noch jemand, der noch dicker ist als ich. Pass mal auf, das ist hier unser Revier. Wieso? Ich bin, ich bin, ich will nicht in euer Revier. Was heißt euer Revier? Das hier ist unser Hut. Ja. Wir nehmen hier Schutzgeld vom Kuchenladen. Oh shit, ich will aber auch gar kein Schutzgeld. Ich kenn dich doch irgendwoher. Keine Ahnung, ich bin der Harald. Harald. Juten. Du darfst hier, du musst hier Geld zahlen, wenn du Kuchen kaufen willst. Hat das nicht so an sich, wenn man Kuchen kaufen will? Ja, aber du musst auch an Horst Schutzgeld zahlen dann. Aber wieso denn ist es nicht so, dass der Betreiber eines Lader ein Schutzgeld zahlen muss? Das hier aber ist unsere Gegend. Ach so, dann kaufe ich hier einfach kein Kuchen. Doch. Du musst jetzt kaufen. Jetzt musst du Kuchen kaufen. Jetzt musst du kaufen. Aber wieso denn? Ja, weil, weil du schon hier bist. Das ist natürlich jetzt eher so ungünstig, ne? Was hast du da um den Hals hängen? Sind das Fußnägel? Das sind doch Fußnägel. Nein, das habe ich von den Vietnamesen abgenommen, die ich umgelegt habe. Was hast du? Das habe ich von den Vietnamesen genommen, die ich umgelegt habe. Aha. Was hast du gegen Vietnamesen? Ich war im Vietnamkrieg, du Idiot. Du warst doch nicht im Krieg. Natürlich. Du hast erstens mal noch in the Call of Duty gezockt. Du warst vielleicht in deinem eigenen Krieg. Habt ihr eine Ahnung? Was glaubt ihr denn, wofer die Verdienstmedaille ist? Jawohl, Deppen. So was kann man sich kaufen im Souveniershop. Das ist ne Lüge. Na klar. Das ist wie die Schmier. Guck, der Horst halt auch im Ventilator. Richtig. Der ist auch nicht der CEO von OnlyFans. Nicht, ich dachte. Jetzt springt der Motor nicht an. Ich dachte. Was ist denn überhaupt? OnlyFans. Ja. Du weißt genau, was das ist. Du kaufst da mal Badewasser und so. Oh nein, die alte kommt. Och nee. Ich fühl mich gerade nicht beleidigt. Warum? Hau ab. Du machst mir Kopfschmerzen. Was hast du denn gegen mich? Du bist, weiß nicht. Du bist nicht von dieser Welt. Wieso? Nein, hör auf zu lachen. Wehe, du lachst. Das schau ich nicht. Hör auf zu lachen. Nein. Das ist jetzt nicht so. Es ist nicht mehr lustig. Er fühlt sich beleidigt, hat er gerade gesagt. Wie kann man so viel Speed ziehen, dass man so drauf ist wie du? Oh nein, hör auf. Wenn meine Frau kommt und ich verpetze, ich dachte so, mein Kopfauermann. Wie, du hast eine Frau. Klar habe ich eine Frau. Guck mich an. Machschallah, voll der Hübsche. Sag mal, der Horst hat mich. Hör auf zu lachen. Der Horst hat mich. Du laufst eine Bierpulle. Der Horst hat mich. Du hast mich gestern beim Kacken fotografiert. Was habe ich? Beim Kacken fotografiert. Der Hund? Ja, was soll denn das? Du hast in der Ecke geschüttelt. Ja, was schallst du denn daneben genau? Ja gut, dafür habe ich keine Erklärung. Ja. Merkst du selber. Das wird doch nicht mehr. Das Klo war so kalt und ich musste aber so trinken. Da habe ich die Ecke genommen. Ach ja. Ja? Das ist aber nicht gut. Warum? Hast du ja schon einen Job besorgt? Nein. Ja, war klar. Ich habe vorhin mein Taxi gefragt, aber die haben nichts frei. Dann arbeite doch woanders. Arbeite durch Feuerwehr. Feuerwehr? Gibt es die hier? Nee. Warum? Das ist ja eine Riesenstadt. Warum sollte es dir keine Feuerwehr geben? Ich weiß es nicht. Was ist das denn? Hast du noch nie eine Feuerwehrwahn gesehen? Nur den Briefträger? Nein. Ja, dann guck mal auf deine Handy-App. In Tennessee gab es das nicht. Ach, in Tennessee gibt es keine Feuerwehr. Nee. Da gibt es bestimmt auch kein Feuer. Nein, doch. Müsst ihr noch erfinden. Ja. Wehe, du lachst. Ich hatte gestern Kopfschmerzen wegen dir. Nicht nur du. Ja, ich hatte auch so meine Probleme. Ja, das sieht man dir auch an. Ja, du bist wie ich. Ja. Als würde ich im Spiegel gucken. Das ist doch das Gute. Nee. Warum? Das ist nicht gut. Du brauchst auch ein Eben. Ich bin hier der Quoten, Dicke. Das sind wir jetzt zusammen. Du, der Hose hat auch gesagt, er wollte mit dir schlafen. Nein, wir wollten nur zusammen. Wollten wir gar nicht. Haben wir nie drüber geredet. Ich habe nicht gestern drüber geredet. Du sagst, du bist mein bester Freund. Ich kenne dich erst seit gestern. Dummer Aschlo. Aber ihr passt so gut zusammen. Halt die Klappe. Red nicht so mit mir. Warum? Von welcher Familie kommst du? Seht ihr da vorne mein Auto? Das ist so beschlitten. Welches Auto? Da vorne. Das pinke? Ja. Das ist echt ein schönes Auto. Das hat dieselbe Farbe. Deine Hose. Entschuldigung, ich hatte einen kurzen Anfall. Ja. Den hast du öfter kurz, ne? Ja. Da gibt es Tabletten gegen. Ja, ich weiß. Ja. Das kann ich auch nehmen. Egal. Das ADHS, was sie hat. Hey. Hallo. Hallo. Warum lässt denn deine Frau hier so rumrennen? Meine Frau. Sie meinte gerade, das ist deine Frau. Das habe ich gar nicht gesagt. Du hast doch mit dem die ganze Zeit geflirtet. Das habe ich gar nicht. Doch. Wir haben nur Nummern ausgepasst. Ja, siehst du doch flirten. Das ist nicht flirten, du Arschloch. Dann hast du ja mit Pinat auch geflirtet. Nein, Pinat und ich, wir sind Freunde. Ja, klar. Pinat, bestätige dann. Ich hoffe, ich bin eine Frau an. Mach das. Mach ich auch. Du kannst doch deine eigene Hand nicht anrufen. Ja, deine Mutter. Die ist tot. Ja, und ich buddle die aus. Ja. Hallo. Hallo. Wo bist du? Äh, ja, unterwegs, ne? Du klingst anders. Wieso anders? Du klingst anders. Du bist du mein Twindy? Ja, wie? Wo bist du denn unterwegs? Ja, hier. Ich habe extra das Auto vom Hotel abgestellt gerade. Okay. Wo bist du denn? Ich bin hier unterwegs halt. Ja, aber wo? Ja, hier und da. Warum schweißt du mich denn dann? Soll ich dich nicht abholen? Ja, wie abholen? Ich bin unterwegs mit meinem geilen neuen Gerät, weißt du? Was? Hast du dir was für Eis bestellt? Wie? Warum? Was für ein Gehirn? Trinky, bist du auf Drogen? Nee, voll nicht. Bist du ein bisschen dumm heute? Nein. Wo bist du? Ich will nicht abholen. Warum nicht? Ich komme zu dir. Wo bist du? Ja, im Park. Wieso sagst du das nicht schneller? Du musst mir helfen. Ja, warum helfen? Hier ist so ein Dicker, der heißt Thorsten und der hat seine Assi-Mutter im Schlepptauch. Ja, dann sag, sie soll sich verpissen. Das musst du denen sagen. Wieso ich denn? Die Frau ist nur im Lachen immer. Ja, dann schick sie weg. Kann ich nicht. Die laufen mir nach. Ich brauche SOS. SOS, okay. Pass auf. Das passt auch voll in meinen Zeitplan. Ach so, bist du beschäftigt? Ja, voll. Du warst schon nicht mehr krass unterwegs jetzt. Was ist? Hast du schon wieder so Ghetto-Filme geguckt? Du hast ja schon wieder American Gangster-O-Sang geguckt, ne? Mit deiner Blooming-Aussprache. Krass unterwegs. Ach, halt, Maron. Du musst mir helfen, Twinkie. Ja, ich komm. Das sind Klone von uns. Ja, keine Ahnung. Ich komm jetzt vorbei und dann schick ich die weg. Ja, aber du kannst... Ja, wo bist du denn? Ja, ich komm. Ja, okay. Ja, ach du jetzt. Okay, ich bin schon am Park. Ich seh' dich nicht. Ja, ich seh' dich, aber glaube ich. Ne. Kannste gar nicht springen. Du bist ein Blumenkugel. Bah, ich bin durch Pisse gelaufen. Ekel. Da hat jemand hingepinkelt. Wo? Ja, im Park. Ja, voll ekel. Die schöne Harley-Davidson. Bist du... Boah, Twinkie. Bring auf, solange du kannst. Bring auf, los. Los, schnell. Geht nicht, kein Platz. Scheiße. Oh, jetzt schnell fahren. Pass auf. Ich hab sogar extra geachtet, dass keiner das Ding klaut. Ich hab mir extra so ein Gangster-Kennzeichen gemacht. Wie heißt das denn? Wie heißt das Kennzeichen? Guck selber. Ui, ui, ui. Das ist mein Gangster-Name. T-Bohne. T-Bohne. Ja. Wo fahren wir hin? Ich hab das Auto schön abgeholt gestern. Und ich hab auch in der neuen Wohnung geschlafen. Oh, ja, natürlich. Lass Twinkie wieder mal alleine. Hey, du warst im Hotel. Wie soll ich dich da rausbekommen, wenn du schläfst? Ja, vielleicht nicht im neuen Haus schlafen. Oh nein, da kommst du natürlich nicht raus. Ja, da musst du mit Willi mir keinen, der hat mich... Warte, ich muss dir was erzählen. Ja, ja, ja. Ja, was? Unser bestes Freund Pinsel ist tot. Ja, wie? Ja, man weiß nicht, ob der tot ist, aber der war falsch im Springen. Und seitdem ist der nicht mehr aufgetaucht. Ja, vielleicht hat der sich auch nur verletzt und ist so ein kranker Hund. Nee. Die ist so wie... Oh mein Gott, das hat irgendwo gescheppert. Oh mein Gott, ich hab das voll gesehen. Hast du das gehört? Oh mein Gott. Wie kannst du das denn im Rücken schwiegeln? Ach no. Oh nee. Irgendwas hat dir geknallt. Boah, wir waren weg, dann waren wir auch keine Zeugen. Aua. Warum fährst du das zum... Du bist durch die Telefonzelle gefahren. Der ist irgendwo am Berg abgestützt. Wir müssen ihn suchen. Am Berg? Ja, oben in Paleto. Wird er jetzt in den Berg hoch? Ja, wir haben doch jetzt das Motorrad. Warte, wie ist denn er da hingekommen? Die sind mit einem Helikopter geflogen. Dann ist er rausgesprungen, um Feuchtschirm zu springen. Und wer alles... Weiß nicht, nur Pinsel und noch jemand. Mit dem Dieter. Dieter, und wieso hat Dieter nicht nach dem geschaut? Haben die, die haben die ganze Nacht gesucht, aber den nicht gefunden. Also sind die gestern gesprungen, oder wie? Was? Sind die gestern gesprungen, oder wie? Vorgestern, glaub ich schon. Vorgestern. Und dann habt ihr gestern nach dem gesucht? Wir haben gestern ein bisschen gesucht, aber war schon dunkel. Der ist ein bisschen dumm, ist doch klar, dass der nicht mehr da ist. Ja, was soll der denn sein? Ja, wenn jemand nicht vorher nach ihm sucht, dann ist er wahrscheinlich angepisst und abgehauen. Warte, Chef ruft an. Äh, die Bogen... Ja, Chef. Hallo, war die Toxy? Ne, gerade nicht. Achso. Wir wollen Pinsel suchen. Wieso Pinsel suchen? Ja, der ist doch verschwunden. Wie? Wie, Ronny ist verschwunden? Wie holen wir den jetzt an? Der ist falsch im Gesprung mit dem Dieter und so und ist dann noch nicht mehr aufgetaucht. Wie, er ist falsch im Gesprung und seitdem nicht mehr aufgetaucht? Ja, der hängt bestimmt irgendwo in einem Baum. Wir suchen ihn. Ja, okay. Der ist oben im Paleto auf diesem großen Berg irgendwo. Ja, mautsche, ja. Okay. Wir fahren da auch hin jetzt. Okay. Okay, bis gleich. Der Chef geht ihn aussuchen. Okay. Es ist irgendwie dumm, den so zwei Tage später zu suchen. Anstatt an demselben Abend. Die haben an demselben Abend auch gesucht, aber nichts gefunden. Achso. Okay. Ja. Hat das Ding dann nicht schneller? Was? Gibt es eine Folge? Hast du das? Nochmal fährt die Kiste 20. Ich weiß auch nicht, was los ist. Gott, dieses Scheißteil. Was schufen wir Willi an? Ja. Wir wollten den nämlich heute noch suchen. Heute noch. Ja. Willi geht nicht an... Wir brauchen ein Crossbike oder sowas. Ja, das ist doch perfekt geeignet. Ja, dann fahr nach oben im Norden. Ja, okay. Geil, das ist sauer. Und mit den Augen alles gut? Ja? Ja. Die neuen Kontaktlinsen rocken. Besser? Viel besser, ne? Ich hab doch gesagt, du hörst aus zu schielen, wenn du die nimmst. Ja. Hey! Oh mein Gott, das ist der Wahnsinnig. Hey, fucking motherfucker! Ey, fucking motherfucker! Fucker! Ja! Ja! Ja, okay, okay, ja und was? Du musst den Hebel komplett nach unten ziehen, dann fährt das Motor schneller. Ach, der Hebel? Ja. Ne, das ist die Bremse. Nein, der andere, auf der linke Seite. Auf der andere. Oh, wir müssen hier mal die Drüsseln rausnehmen und ein Pied an den Rüsseln. Das ist auch ne Bremse. Das Ding zum Runterziehen, wo du Gas gibst. Der Griff? Ja. Der muss komplett nach unten. Hebel, sagt der Hebel. Du kennst dich aus. Ich bin so nah, die noch nie gefahren. Was ist mit deiner Nase? Ja, weiß nicht, schnupfen ein bisschen. Bist du auf Speed? Hm, auch, wie du siehst. Voll auf Speed. In fünf Sekunden können wir da sein. Oh, Chef ruft schon mit an. Ja, Chef. Habt ihr schon bei der Polizei Bescheid gegeben, dass sie vielleicht mit dem Helikopter auch noch... Der ist ja mit dem Dieter und so geflogen. Wie mit dem Dieter? Ja, die sind Fischer. Oh, mein Gott. Und die sind am gleichen Abend noch mit Helikopter da rumgeflogen. Haben den aber nicht mehr gefunden. Der muss da irgendwo sein. Scheiße. Ja, wir finden ihn. Okay. Okay, ich bin jetzt auch auf dem Weg. Bis gleich, Chef. Bis gleich. Büsse. Sie sehen uns rollen. Sie hassen. Nee, 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 nee. Fahren dreckig. Bis gleich, Chef. Du, ich geh nicht. Du, ich geh nicht. Wir sind auf dem Highway. Würde ich jetzt nicht machen. Auch ein Problem, oder was? Ja, nee. Wir wollten nur mal gucken, ob es euch gut geht. Ja, offensichtlich schon, oder? Ja, nee, ihr fahrt mit dem Rollen auf dem Highway. Wir waren die ganz normale Leute. Halten sie jede Hand und fragen, ob alles gut ist. Wie geht's der Familie? Erzähl mal. Ja, ganz gut eigentlich. Ja, top. Ja, Zäpfchen. Freuglich, freuglich. Tiki. Tiki, auf, das ist ein Gangster. Wat? Oh, das ist so nett. Ja, sehen Sie, wir sind nett. Warte mal, da gibt's Essen. Ja, hier. Hi. 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 Ich will auch Bum-Bum. Bum-Bum? Bum-Bum. Wir sollten hier nicht stehen bleiben. Bitte schön. Danke. Na, offensichtlich ist das normal, dass man sich hier unterhält. Tiki, komm, wir müssen Pinsel suchen. Also, wie war der Tag? Ja, ganz gut, bis jetzt und selbst. Ja, super. Großartig. Ja. Großartig. Ja, dann kommt mal gut an, da wo ihr hinfahrt. Ja, danke. Ich gehe einen Pinsel suchen auf dem Berg. Ui. Na, der ist irgendwie... Wer ist Pinsel? Das ist unser bestes Freund. Ah, okay. Also, mit dem Roller. Oh, 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 oh. Dir interessiert das nicht mal, ne? Nee. Das ist ja ein Sauhaufen. Ja, Roller steht auf dem Highway, wir fahren weiter. Ja, nochmal. Wir fahren jetzt mal weiter. Komm, Twinkie. Ja, gut, Freunde, haut rein. Dankeschön. Du machst euch. Peace out. Oh, nee, ich will nicht fallen. Nee, nee. Du fährst. Ja, ich fahr. Boah, du hast sogar Zebramuster, ne? Ja, crazy, oder? Ja, tschisch. Ja. Der Chef ist jetzt auch oben. Okay. Sag mal, wenn er mit diesem Siegfried da oben war, wieso redet ihr nicht mit dem? Na, ich glaube, der war mit Michael. Mit dem haben wir gestern geredet. Okay. Na gut. Na los. Musst du groß? Warum machst du solche Geräusche? Oh, jetzt geht's los. Es geht los. Es geht los. Wo soll ich... Ja, ich halte mich doch schon fest. Hast du ein Bauchnabel-Piercing? Warum? Oder züchtest du Perlen in deinem Bauchnabel? Was ist das denn hier? Das ist ein Hund. Ja, auf damit. Hast du dir Piercings machen lassen? Nein. Am Bauch? Geht dich gar nichts an. Warum? Ich bin dein Ehemann. Ja, lass mich aber wieder mal alleine schlafen. Wie soll ich dich denn aus dem Hotel kriegen? Ja, wie wär's, wenn du bei mir schläfst? Keine Ahnung. Da musst du mit Willi meckern. Der hat mich da abgesetzt. Ja, warum meckerst du denn nicht in dem Moment mit dem? Hab ich doch. Ich hab geschimpft. Ja, genau. Aber der wollte unbedingt zu Schlumpfine. Mann, Mann, Mann. Du kannst nicht immer sauer auf mich sein. Und ob ich das kann? Nein, das ist unfair. Irgendwie sowas Dummes machst, dann kann ich auch sauer sein. Ich hab nichts Dummes getan. Ich hab dir gesagt, wie es ist. Und du hast gesagt, okay, komm nicht wieder vor. Und daraufhin hab ich gedacht, das geht, das kommt wirklich nicht mehr vor. Aber ein Schein schon. Was? Was? 19 Kinder will ich ja. 19? Und einen Junge davon nenn ich Latifashish. Das ist so verrückt. Warum? Weißt du, wie fett man wird, wenn man Kinder kriegt? Nee, keine Ahnung. Brauch ich dich. Aber ist doch nicht schlimm. Ach ja, und dann sagst du, boah, Twinkie. Du hast aber ganz schön zugenommen. Dann grau ich dir einen Stepper. Ja, wieso? Ich müsste nicht auf den Stepper, wenn ich kein Alien-Kind in mir hätte. Wie, warum Alien-Kind? Weil Bibis immer so aussehen. Bibis sehen doch nicht aus wie Aliens. Doch, doch, doch. Und weißt du was? Die kriegen im Bauch auch Fingernägel. Und dann im Notfall können die sich da rausbohren. Kennen die gar nicht. Du bist so krank. Das stimmt nicht. Ja, das sagst du jetzt so. Da können wir ja mal mit dem Arzt vornehmen. Ich hab Filme gesehen. Ja, was für Filme hast du schon wieder reingezogen? Ja, alle irgendwie. Also ganz verschieden. Einmal querbiegen. Ja, Twinkie, warum sagst du nicht Bescheid? Warum guckst du mir keine Filme, hä? Umlädst du mich nicht ein zum Filmabend? Ja, kann ich ja nicht so viel finden, wenn du woanders schläfst. Ja, ich hab vorher aber drei Tage im Hotel gepinnt mit dir. Ja. Ja? Ja, hättest du ja auch Filme ausleihen können, ne? Oh mein Gott. Oh, fahr doch langsamer. Genau, you dick. Wir müssen auf den ganz großen Berg. Ja, also das schafft... ...das Ding aber glaub ich nicht. Ja, klar. Du bist doch vor Agbiturbo. Ja, aber Bibi. Bibi? Ja, Bibi war Agbiturbo. Achso, ich dachte du meinst mich, du wolltest süß sein. Ich bin Drackenbibi. Drackenbibi? Ja, ich bin Drackenbibi. Okay. Boah, haupt Spitzes hin. Ach, komm. War gestern beim Crash-Derby. Und war gut. Er trifft Willi an. Willi. Peanut, hat's an die Rufe. Tiki und ich sind schon mit einem Harley unterwegs nach oben. Äh, auf dem Berg? Ja. Ja, okay, soll ich hochkommen? Sollen wir uns da treffen, wo wir gestern waren? Äh, ja, ja, ich weiß, wo das war. Okay, ich, äh... Ja, ich hol mein Motorrad, meine Cross-Maschine. Okay, dann warten wir auf dich. Äh, ja, wir treffen uns da oben, ne, dann? Ja, genau. Okay, bis gleich. Da bei dem, wo wir hochfahren, dann. Ja, okay, bis gleich, Pina. Tschö. Hau rein! Willi kommt auch, Twinkie. Okay. Was machen wir, wenn Pinsel tot ist? Na, naja, wir erdingen. Und was ist, wenn wir nur ein paar Teile von ihm finden? Sein Fuß oder so? Dann bauen wir den einfach neu. Wir haben aber dann kein bestes Freund mehr. Ja, was soll ich machen? Ich kann den auch nicht wieder ins Leben. Ich bin nicht kein Engel oder kein Gott. Du hättest auf den aufpassen müssen. Ach, ich? Ja? Ich hätte wieder, weiß du was. Nicht anhalten, oh mein Gott. Wieso soll ich denn immer auf alles auffassen? Weiß nicht, weil du bist ein so wunderschön Mensch. Ja, ja, ja. Glaubst du mir wieder nicht, ne? Ja, keine Ahnung. So, was soll ich sagen? Nie darf man dir Komplimente machen. Immer wird's einem alles im Mund umgedreht. Ich dreh dir was gleich anderes, gleich was anderes im Mund und das sag ich dir aber. Ich hab sogar ne Taschenlampe bei. Fühlst du die? Finkie? Ja. Ja? Du bist anders. Was ist mit dir passiert? Ja, wie? Was soll mit mir passiert sein? Wir müssen ja links gleich, okay? Ich bling schon mal. Was hast du denn? Ja, wie? Was hast du? Ja, was? Ja, du bist anders. Ja, warum? Weiß nicht. Wo ist deine Liebe hin? Ja, hier irgendwie. Wo ist die? Guck mal, Speckeschnütchen, ne? Ja. Ich... Ich hab dich doch lieb. Ja? So, jetzt ist es raus. Aber du liebst mich. Hast du gesagt. Ja, ja. Du hast mir in die Hand gespuckt. Ja, ja. Ich weiß. Und ins Auge. Was echt weh getan hat. Ja. Ja, ich hab voll Nussecke gegessen. Oh, jetzt sucht der Chef wieder an. Ja, Chef. Boah, was will der denn? Wisst ihr denn ungefähr, wo er... Wo er sein könnte? Vorne, hinten, Seite? Nee, irgendwo am Berg. Hier. Wir treffen uns jetzt mit Willi hinterm Erbefeld. Da fangen wir an. Hinterm Erbefeld? Ich bin grad oben auf dem Mount Shirt jetzt gleich. Du bist ganz oben schon. Ja, ich hab mit meinem Guardian hier hoch. Wir wären gerade fast wieder runtergekullert. Wäre vorbeigewiesen. Wir treffen uns alle hinterm Erbefeld. Hinterm Erbefeld? Ja, das ist so ein Weg nach oben. Ja, ich guck mal, dass ich hier langsam jetzt irgendwie wieder runterfahre. Aber quer fällt... Quer fällt ein und hoffen, dass ich ihn irgendwo hier liegen seh. Okay. Ich muss mal. Also ihr wisst nicht, irgendeine Richtung nix, gar nix. Nee, keine Ahnung. Scheiße. Wir haben auch... Corny! Nein, du musst Pinsel rufen. Wie bitte? Pinsel. Okay, tschüss, Bischof. Ruf mich an, wenn du... Komm, hinter mir ab, bist du, Chef. Ich will jetzt wieder runter an die... Sorry, du in Erbefeld kommst. Hinterm Erbefeld. Ja, von wo ist er runter? Ja, aus dem Helikopter. Nein, der hat einen Fallschirmsprung gemacht und beim Dingens waren die zuletzt. Beim Bautschi hat war der letzte Funkkontakt, oder wie war das? Ja, da ist der rausgesprungen. Da ist er rausgesprungen. Und dann haben sie nix mehr von ihm gehört. Dann haben sie nix wieder von ihm gehört. Ronny! Ich war noch nie hier oben, ne? Da gehen auch nur Leute zum Knutschülen. Nee, die Hände... Ich stelle, dass du genau das gleiche sagst. Das muss ich auch gerade sagen. Twinkie? Twinkie ist weg. Die Twinkie ist weg. Oh mein Gott. Habe ich mich erschrocken, Alter. Ich habe mich so erschrocken. Ronny, wir haben zehn Tacken. Twinkie? Ach du da? Ich sehe deine Haare. Oh Gott, oh Gott. Das ist mir gut. Twinkie macht groß. Glaubt ihr zu Fuß, oder habt ihr... Ja, wir haben Roller. Ach du Scheiße. Wenn ich hier runterfahre mich tue. Baust du Kulopapier, Twinkie? Ach ja, oh nein, bitte. Oh mein Gott. Schaff ich nicht auf. Okay. Bis gleich. Brauchst du Klopapier? Ja, kannst du mir bitte was holen? Oh Gott. Oh bitte. Wie lange? Ich weiß nicht, wo ich Klopapier holen soll. Du kommst mal Penner. Okay, oder mit Klopapier. Da vorne liegt Stroh. Oh, das ist nicht schön. Ist Stroh, okay? Ja. Okay. Abreiß nicht ein bisschen Stroh. Oh Gott, oh Gott. Hier ist Stroh. Ja, danke. Nicht essen, ne? Ja, okay. Oh, das riecht dir ganz unangenehm. Oh, das ist nicht schön. Machst du Gruß? Ja, ich glaube, ich bin fertig für heute. Wie? Ja, ich muss noch abputzen. Willst du zusehen, oder wie? Ähm, nicht. Mach Security. Okay. Guck, dass keiner guckt. Bist du am Baden? Das denkst du immer, du willst nur eine Badewanne wirst. Nee, ich mach sauber. Guckst du? Nein, ich gucke nicht. Oh, okay. Soll ich gucken? Nein. Oh Gott, das tut weh. Nusshölte, Dankeschön für den Prime Sub und herzlich willkommen. Und Green, Dankeschön für den Prime Fünften. Oh, das muss reichen. Und Young, Dankeschön für den Rüster Fünften Spuck. Und LeBiDs, Dankeschön für den Prime Zweiten. Und Plee, Dankeschön für den Prime Zwanzigsten. Und Lord Rosa, Dankeschön für den Prime Sechsten. Oh, nee. Und ein kleinen Limmie, Dankeschön für den Prime Siebten Spucken. Oh, ich hab mir die ganze Hose eingesaut. Dankeschön für den Rüster Fünften Spucken. Dankeschön. Aber du hast doch abgeputzt. Ja. Ist gar nicht streckig. Sieht gut aus. Sieht aus wie massiv. Dein Album. Dein Album? Ja, wenn der Mond in mein Ghetto kracht. So, Chef kommt jetzt und Willi kommt jetzt. Okay. Und wir müssen da bis nach oben hin. Okay. Soll ich dann fahren? Wir brauchen mehr Gewicht auf der Vorderachse. Ja, gut. Okay, okay. Da kommt Willi. Hallo, Willi. Hallo. Der Chef kommt auch her. Ja? Ja. Das ist gut. Ab. Oh, warte. Die Anthea geht dran. Äh, geht dran. Ruf an. Ja, Anthea. Hi. Kannst du mich umarm und knutschen? Natürlich. Ja, wir sind sehr gut. Wir fangen jetzt an, die Spie zu füllen. Nochmal. Oh Gott. Was, oh Gott? Wir fangen nicht knutschen? Genau. Hans-Peter kommt wohl auch hierhin, sagt er, der Biene. Ja. Hase-Peter kommt. Ich bin, ich bin gleich wieder da, okay? Okay, ich hab meine BRF 400 auszupacken. Dann können wir brauchen Sprit, ne? Ja, gleich volltank. Ich glaub, ist in der Tankstelle. Ja. Ich guck einfach. Was wolltest du, knutschen? Okay, komm her. Nein, 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 nein. Dann einmal drücken, aber... Ich bin knutchen. Hm? Ja? Wo fällst du hin? Tankstelle. Okay. Noch was zu essen holen? Hm? Boah. Ja, Hase-Peter. Der Architekt lädt jetzt gerade mit der Border Patrol und dann kommt er auch mit dem Helikopter suchen. Wer ist der Architekt? Nee, der Juri. Oh, der Immobilienmakler? Der Immobilienmakler, so ungefähr, ja. Der kommt mit der Border Patrol und mit Helikopter? Nee, er kommt mit seinem Helikopter. Oh, das ist super. Oh, der hat einen Helikopter? Der hat einen eigenen, ja. Oh. Der soll uns mitnehmen. Oh ja, ich will auch mitnehmen. Ja, oder ich fahr... Wieso will die mitnehmen? Dann fahr ich mit dem Moped. Okay, ja, ich versuch jetzt hier gerade... Oh Gott, im Himmel. Oh Gott, im Himmel. Oh Gott, im Himmel geht's hier tief runter. Ich versuch halt eh... Wie war deine Karriere? Was, back up? Ja, ich... Wir sind auf dem Rutsche. Ich versuch jetzt langsam Richtung Erdbefeld kommen wir jetzt runter. Okay, wir sind dahinter. Oh Gott. Bis gleich. Jo, bis gleich. Oh Gott. Ich war ein Knopper-Samm. Was ist denn, Mensch, macht die Mulde? Oh, lecker. Das macht man aber doch eher so um halb zehn. Also Moins. Ist doch um halb zehn. Ja. Böö. Oh Gott. Oh Gott. Äh, Adi-Waldrot war noch bei mir. Bah, die hab ich schon wieder ein paar getroffen gerade. Echt? Mhm. Aber ein Scherz. War die wirklich da? Ja, die war da. Ich hab gesagt, die sollen nicht lachen. Oh Gott. Die sollen mir nicht auf den Keks gehen. Aua. Hat Menthol-Gesicht. Die haben wir gut auseinandergenommen gestern. Boah, aber richtig, du. Schon jetzt nur Buchping. War das so Bauchping? Ja. Ja, heute nur Bauchschmerzen. Ach so, Bauchschmerzen. Ich dachte schon, Ping wie auf dem Cisco-Server. Also, ne. Buchping, selbst meine Kölle. Bauchschmerzen. Buchping? Buchping, ja. Was hab ich denn? Eine Buchbox? Ob jetzt. Du ob jetzt? Ja, jetzt aber schon zu viel. Halt die Klappe, rät mit mir. Die Amtssprache von Los Santos. Okay. Steht dein Polnisch nicht. Entschuldigen Sie bitte, Herr... Smalls. Smalls. Big P. Wo ist die denn jetzt hin, Mann? Ja, du hast ja gesagt, die holt was zu essen. Das kann dauern. Die geht bestimmt fremd. Ach Quatsch, würde die nie machen. Und gesetzt im Fall, die würde das wirklich machen, dann betrügst du sie auch mit der Waltraut. Ja, nee, auf gar keinen Fall. Oder... Dann fick ich lieber einen Lohnisten erst rein. Das hab ich da gerade gesagt. Ich weiß es auch nicht. Warum? Oder frag doch mal sonst bei der Jenny an. Aber die hat ja... Ist ja eigentlich schon... Nein, der hat ja Haarschneidemaschine. Ja. Ich vermiss Trink, ich ruf die jetzt an. Okay. Das ist schön, ne? Wenn die Liebe noch so frisch ist. Ich komm jetzt gleich mit dem Helikopter. Ja, das ist auch schön. Oh. Er hat keinen Empfang in der Tankstelle. Hoffentlich finden wir den Pinsel. Hoffentlich lebt der noch. Nicht, dass der Tod in den Baum hängt oder so. Nein, nein, nein. Ich glaub da fest dran, dass der noch lebt. Ich denk da immer an den Jurassic Park Film. An den zweiten Teil, glaub ich, wo die den Sohn suchen. Dann finden die den Fallschirm mit der Leiche mit dem Skelett. Ja, aber das ist doch gar nicht der Sohn. Ne, das ist der Stiefvater von dem Sohn. Ja, siehste, also finden wir den Pinsel. Ja, aber der Pinsel kennt seine Eltern nicht. Also, weißt du dann? Er ist auf der Straße groß geworden. Bing, Unkraut verjät nicht. Der war doch in 17 Gangs. 17 Gangs? Ja, der war doch auch bei den Abu Chakas. Okay. Und beim Dun-Dun-Digimon. Oh, die sind gefährlich, hab ich gehört. Ja. Ich hab gehört, die werden irgendwann größer dann auch, ne? Ja, die entwickeln sich dann. Ja. Nach dem Erdbefeld. Apropos Erdbefeld. Ich komm immer noch nicht über die Alte hinweg, die schon auf der Straße anfängt zu suchen. Das war gestern anders. Wir finden den Pinsel. Jedenfall. Ich will auch mit dem Helikopter mitfliegen. Dann mach das doch. Ich bin schon mal falsch im Gesprung. Ehrlich? Ja. Im Kernwasser Wunderland. Kernwasser Wunderland, okay. Kennst du das? Dacht mir jetzt nix, ne? Und im Moviepark auch. Ja, der seht mir jetzt. Ja. Das ist in Europa. Ja, da komm ich her. Gar nicht. Ja. Stimmt, hast recht. Ich komm aus Köln. Lüg nicht. Nicht? Im Kernwasser Wunderland kann man so viel Eis und Pommes essen, wie man will. Und trinken kann man so viel, wie man will. Da kriegt man bestimmt Bauchschmerzen, wenn man den ganzen Tag nur isst und trinkt, oder? Ja, du isst gar nicht so viel. Komischerweise isst du nicht so viel, wenn es kostenlos ist. Ich war mal in so einem Freizeitpark, da hab ich gut gegessen und das war so ein Gerät, was immer nur im Kreis sich gedreht hat, wo man sich rein stellt in so einen Käfig. Ja. Sag mal. Geht's dir gut? Ja, ich komm. Du musst aufpassen, hier gibt's Berglöwen. Berglöwen? Ja. Die auch noch. Der Juri, den wir letztens rumgefallen haben, der Architekt kommt mit einem Helikopter. Oh, okay. Also muss ich doch nicht tanken? Doch, wir fahren trotzdem hoch. Komm bitte wieder, ich vermiss dich. Ja, ich komm, ich tank jetzt schnell und dann bin ich irgendwie da. Okay, bis gleich, Schatzi, Mann. Ja, bis gleich, weggenäßchen. Wollt'n klopfen. Och, ich hab ein bisschen Kloppers im Hals gehabt. Ähm. Ja. Die Juri, da. Sind die Mann, nicht, aber die Deutschen machen alles kaputt. Okay. Ja, ja, Meck, gut. CDU, Schäferhund, ja, ja. Ah, wir schaffen das. Wir schaffen das. Internet ist für uns im Neuland. Ja. Oh mein, Schäuern, ist noch hell. Ja, deshalb, wir müssen uns beeilen. Ja. Ruf den Schäfer an. Ja, ruf mal an. Warum geht mir das rumgebimmelt? Scheiß auf den Sack. Geht nicht dran, schon wieder'm telefonieren. Hier fällt aber auch kein Trank, oder? Sommal vorbei. Hä? Sollen wir mal so lang gucken, was die auf dem Erdbeerfeld machen? Nee, Twinkie kommt jetzt wieder. Okay. Dann krieg ich wieder Ärger, wenn ich nicht warte. Hab auch Ärger bekommen, weil ich im neuen Haus gepellt hab. Äh, ehrlich? Ja. Die schimpft oft mit dir, ne? Ja, die schimpft immer mit mir. Aber ich glaub, das liegt nur daran, weil die dich so sehr liebt. Ich glaube nicht. Doch. Ich glaube nicht. Die ist eifersüchtig bestimmt. Ich muss mal so'n romantischen Arm mit der Planung. Ja. Aber ich weiß nicht wo. Du bist ja, wenn man dich so ansieht, du bist ja voll die Kanone, ne? Also. Was bin ich? Ne Kanone. Ne Kanone. Also ne super Partie bist du. Denk mal, die wollen auch andere Frauen und deswegen ist die bestimmt eifersüchtig. Ich glaub nicht. Doch. Aber ich bin schon ganz ohne. Ja. Mach dich auch sehr gut leiden. Was ist denn jetzt? Was ist? Nix. Dann schreck mich doch nicht so. Sorry. You're good. Was? You're good. Ich bin mit meinen Fingern Bauchnabel. Also. Stach. Oh. Huch. 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 Oh komm mal ab, ey. Was ist das? Soll ich schon zur Rupfware oder was? Ja, wo wollen die überhaupt landen mit dem Hubschrauber? Ja, das ist ne gute Frage. Glaub nicht, dass die... Jetzt läuft meine Nase aber auch, ey. Twinkie hat mich angesteckt. Oh oh. Klingel ist sauer. Wann kommen die denn? Okay. Was der Wunderland war, der Shit damals, Alter. Ist schon lange her. Ja. Kein Brian like a diamond. Und das ist dein Moppet? Ja. Hast du kein Nummernschild? Doch. Wo denn? Oh. Dann ist er da abgefallen. Schuf den Sheriff. Der Jürgen hat mir das verkauft, mein Freund. Ich bin so fast noch nie gefahren. Willst du mal fahren? Nee, nee, nee. Ich hab einen. Das ist so ruhig hier. Das macht mich nervös. Ruf doch mal. Ich wollte sagen, ruf doch mal die Jenny an. Du? Rufst du die an? Nee, die hat mich schon angerufen. Die wollte bestimmt mir wieder auf Aura drücken. Taxigast. Du musst eh gleich arbeiten, ne? Um halb zehn. Warum? Ich bin noch, aber ich kann den Vans anrufen. Bist du Türsteher? Ja, beim Unicorn. Hat er so da aus? Ja. Kann ich da auch Türsteher sein? Stimmt, wir können ja mal den Fragen, den Vans. Aber, aber Twinkie will nicht, dass ich da hingehe. Warum das denn? Du kannst ja dann draußen vor der Türe bleiben. Du musst ja nicht reingehen. Ich geh dann immer gerne nach. Aber die macht wieder Ärger dann. Ja, die Twinkie? Ja. Nee. Ich geh dann immer gerne noch rein. Da kann man immer ein bisschen gucken. Du guckst gerne, ne? Ja. Meine Natur. Mit deinem langen Bart. Ja. Dreckling, du. So lang ist der doch gar nicht. Ja. Ach, geht's dir gut? Ja, weißt du, wo die nächste Tankstelle ist? Nee, warte, ich guck mal auf meinem Stadtplan. Ins Handy-Shows. Ach, du Scheiße. Und da bin ich jetzt am Tanken. Ist sie nicht auch eine, Nennir? Ja, schon. Aber das war mal eine. Der Willy hat mir gerade gesagt, dass das Unicorn nicht aufhört. Okay. Sag mal da hin. Was wär' ich denn da? Ja, gucki, luki, luki. Ganz noch, ja, Männer, ne? Ah, okay. Oh, Mann. Was ist das? Nur mal zum Probieren, wegen den Kontaktlinsen. Quinki. Ja? 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 Ja, wir können uns ja da vorstellen. Ja, genau. Aber erst suchen wir Pinsel, okay? Ja, richtig. Und du hast mich angesteckt. Meine Nase läuft. Hey? Ja. Warte, ich such mal jetzt kurz mein Handy. Wo bist du hin? Wo bist du hin? Ja. Ja, ich bin doch hier. Also, ich dachte, du bist nach hinten. Wieso nimmst du mich denn nicht mit ins Arsch? Ich muss das Handy kurz in den Tasch stecken, weil mein Nasenspray muss dich rausdrucken. Ja. Dann nimm mal nur ordentliche Nase. Ich nase wie du, ne? Ja, richtig. So, Spicknischen, ich bin jetzt auf dem Weg. Aber ich seh' dich noch nicht. Ja, aber ich fahr' schon. Wo? Na, hier. Okay, dann bis gleich. Ja, bis gleich. Tönü. Blüder Wichser. Aber meinst du, sollte ich mir meinen Bart mal abrasieren, oder? Nee, warum? Nee, ne? Sieht doch voll tight aus. Ja, danke. Ich hab' gegen den Strang, der Wichser. Ich ruf' nochmal den Knicker an. Ach, der wollte auch kommen. Die Antea ist auch am Weg. Wer ist das denn? Und warst du gestern noch bei Schlumpfine? Äh, ja, aber das war mir zu, zu wild. Bist nicht gelandet wie die Lufthansa? Äh. Du alten Grinschlotter. Oh, bitte. Heute nicht, ja? Nee, heute ruhig. Ja. Hab' gestern schon wieder zu viel meine Energie verloren. Oh. Was ist das? Das Feinste. Nee, sowas trinke ich nicht. Nimm das. Bah. Ja. 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 Da ist Blut drin, ne? Ja. Bah. Schmeckt nach Kleingeld. Hups. Wenn Twinkie jetzt kommt, fahren wir los. Keine Lust mehr zu warten. Okay. Sollen wir direkt dann? Ich komm wieder hoch. War nochmal der Weg. Da vorne, ne? Da vorne. Was, was, kenn ich mir so. Toter schlechten Tag, will ich lieber geben. Hm, nö. Ich glaub nicht, das ist ein schlechter Tag. Wer ist denn Hans Schweiger? Das ist doch ein Schauspieler. Ach nee, hast du denn Till? Ja. Der, gut gesagt. Das ist er. Soll ich schon mal vorfahren? Nee. Ja, kann doch. Ja, kann doch, kann. Mit, was wollt ihr denn da hochfahren? Mit dem Roller? Mit dem Roller. Äh, kriecht ihr das hin? Klar. Ist doch Raubenmotorrad. Äh, ja. Easy. Easy, Alter. Ich fahr schon mal, oder? Oh, ich fahr. Da kommt jemand. Mädchenreifen. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Da. Oh. Ja, wir fahren jetzt. Ja, hallo. Hast du dich umgezogen? Halt, Winky. Nein. Na klar, du hast dich umgezogen. Du hast dir einen Schlipper in den Rausgucken. Ich glaube, du bist dann den ganzen Tag rum. Nein, du hast dich umgezogen. Na, ich hab die ganze Zeit schon meinen Schlafanzug sah an Arme. Aber dein Schlipper guckt hinten wieder raus. Ja. Was? Musst du da jetzt hingucken? Ja, ich finde das sexy. Komm, wir fahren. Ja. Soll ich fahren? Trinky? Ja, wie? Ja, ich fahr mit dem Roller. Du hinten drauf. Du hinten drauf, okay. Ja. Klemmt? Ja, keine Ahnung. Diese pinke Hose passt einfach nicht mehr. Okay, dann sehen wir uns irgendwo da oben. Ja, okay. Passt auf euch auf, ja? Ja. Passt auf die Bergelöwen auf. Oh mein Gott, ich glaube, das wird schwierig, Trinky. Ja, sag ich doch. Das klappt schon irgendwie. Aber ich hab, glaube ich, auch noch drauf. Oh mein Gott, das wird echt schwierig. Das wird echt schwierig. So, das war's. Ich kann nichts machen. Nein. Nein. Wir brauchen ein anderes Motorholt. Ja. Wir schaffen das. Ich bin Profi. Profi? Ja, du musst mir vertrauen. Oh, sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Oh mein Gott. Oh nein. Oh mein. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh nein. Oh mein Gott. Das kann's doch nie sein. Doch, wir schaffen das. Ich könnte... Komm schon. Das ist so deprimierend gerade. Vielleicht sollten wir uns einen anderen Weg suchen. Ja, wie denn? Ja, keine Ahnung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Oh mein Gott. Das war's. Das war's. Wir brauchen ein anderes Motorrad. Oh mein Gott. Ich kann nichts. Ja, wie das neu. Ja, wir brauchen Stag. Ja, ist Stag. Ja. Ich schwör bei... Oh mein Gott. Halt ich fest. Halt ich fest. Ich kann wirklich nichts machen. Oh mein Gott. Das ist das Ende. Oh Gott. Nein, ich hab das Ding voll unter Gedrölle. Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, weiß nicht. Kann doch nicht sein. Dass man doch irgendwie hochkommt. Oder wir laufen. Oder ziemlich weit und steil. Echt, das kann schwer sein. Das würde ich laufen. Jetzt war ernsthaft so. Also jetzt wirklich ernsthaft. Das werde ich nie im Leben machen. Okay, das kannst du vergessen. Wenn der Roller das nicht schafft, dann schaff ich das auch nicht. Ich hab ne Idee. Ich hoffe, den will ich halt. Ja. Mann! Willi, wir kommen nicht hoch mit unserem Moped. Oh. Kannst du uns dein Auto leihen? Welches Auto? Ich bin ja mit Motorrad. Ja, das ist ein Auto, was du hast mit diesem krassen Stoßdämpfer. Ja, da müssen wir aber wieder zurückfahren. Das habe ich im Parkhaus 13 eingeparkt. Wo ist denn das? Das ist beim PD Parkhaus. Parkhaus 13? Ja. Beim PD. Ja, ich fahr schon mal vor. Äh, okay, dann muss ich runterkommen. Runter? Ja, oh Gott, ich komm hier nie wieder lebend runter. Ist das ein Dreisitzer? Ja. Okay, dann ist... Oh Gott, ich komm hier nie wieder runter. Doch, du schaffst das schon, Willi. Oh Gott. Scheiße. Scheiße. Wir treffen uns dann da, okay? Ja, oder im Himmel. Oh mein Gott. Okay, äh... Ja, bis gleich. Wir gehen in ein Auto hin, Twinkie. Also so ein Ding, okay? Ja, okay. Guck, wenn ich das Ding unter Kontrolle habe. Wow. Bist du schlecht drauf heute? Nein, bin super drauf. Ja? Ja. Ding, was quietscht am Reifen. Oh mein Gott. Wie sag dir, was quietscht dein Fahrstil? Warum? Ich fahr voll gut und nicht. Ja. Ich war meine Scooter... Scooter-Tuning is not a crime. Ich war meine Szene. Hab immer bei Scooter-Tag Sachen bestellt. Fuckin' Jerk! Nein, ich bin kein Jerk. Guck, was dein Mann alles kann. Ja, wirklich großartig. Handschwerst, Twinkie! Handschwerst! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott! Das sieht bestimmt so cool aus, wenn du hinten drauf sitzt, wie mein Ruckerbrot. Ja, ich fühle mich auch schon voll rockerig, weiß ich nicht. Halt dich fest! Halt dich fest! Oh Gott, sei bloß vorsichtig, sei bloß vorsichtig! Pass auf, ja, pass auf! Ich pass auf! Oh Gott, oh Gott! Halt dich nur an meinen muskulösen Körper fest! Oh Gott! Alles wird gut, Twinkie! Du bringst uns beide ins Graf! Ach, Quatsch! Ja, doch! Kann voll gut Roller fahren! Ja, n- Ich hatte ne, ich hatte ne Apriler SR und ne Aerox! Ja, was auch immer das ist! Ja, das sind Roller! Ach so! 70 Kubik-Halt-Stunde! Alles! Guck, wie wir abgehen! Wie schnell hast du ihn noch fertig zum Parkhaus! Boah, ich fühl mich wie ein Krimineller-Gott! It's only game! Why do you have to be mad? Geht's dir gut? Ja! Und ihr? Ja! 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 Du bist gemein zu mir heute! Was bin ich? Gemein! Warum? Wir fallen 52 MPH! Und warum bin ich gemein? Nee, weil du bist... Du pisagst mich! Ja, womit? Sie sehen mich rollen! Hochschiff ruft an, ich kann strengen! Du sagst schlimme Dinge zu mir damit! Ja, was hab ich denn gesagt? Du hast gesagt, dass ich doof bin! Hab ich nicht! Doch wohl! Nein, das ist nicht wahr! Ich bin traurig! Warum? Weil... Wegen Pinsel und weil du nicht gut drauf bist! Ich bin gut drauf! Ja? Ich bin ein bisschen... Ein bisschen müde! Warum? Na, darum! Hast du nicht gut geschlafen? Nein! Weil ich nicht da war? Ja, kann sein! Kann sein oder ist so? Ja, wo warst du denn? Zu Hause! Ja! Nicht mal melden tust du dich! Jawohl! Überhaupt nicht! Jawohl! Oh! Hallo! Hallo! Ja! Sicher? Ja! School-Tartooning is not a crime! Ab durch die Hecke! Halt fest, Winkie! Oh Gott! Oh mein Gott! Halt fest! Du bringst uns um! Die kommen! Oh mein Gott! Ich bin voll am Arsch wegen dir! Die kriegen uns nicht! Seit wann haben wir denn von Chekis ab? Halt an! Weiß ich! Das ist mein Bike! Damit machst du kein kriminelles Zeug! Das ist nichts Kriminelles! Und auch die wollen uns anhören! Oh mein Gott! Halt an! Ja! Halt an! Ja! Ich halte an! Halt an! Halt an! Jetzt sofort! Also sofort! Dankeschön! Oh! Ihr habt uns ja verfolgt! Äh! Was waren das da gerade für ne Abkürzung? Ja! Ich konnte das in der Luft das Lenkrad nicht mal vernünftig hinstellen! Dann mussten wir durch die Hecke! Ja, aber... Scooter Tuning is not a crime! Ähm... Ja, ne! Das ist auch nicht das Problem! Also ich... Keine Ahnung! Mir ist egal ob da auch Licht ist dran, ne? Das geht auf Ersass! Moin! Moin! Ja, wir haben Licht! Guck! Wir haben noch einen Hupe! Ja, ja, ja! Eben deswegen ist mir egal ob das hier ein bisschen frisiert ist! Ja, fahr mal zum PD! Wir sind gerade beschäftigt! Ist nicht frisiert! Ja, im PD ist keiner! Ja, dann einen kleinen Augenblick eben! Ja, klar! Ähm... Ja, ne! Aber, ne, so durch die Karpaten und so auf dem Hinterrad ist, äh... Oh, ähm... Ist natürlich ein bisschen schwierig! Ja, aber mit dem Hinterrad mach ich nicht extra, deswegen eine Gewichtsverlage! Ach so! Ach so! Für ihn war das eine Leichtigkeit! Ja, okay! Das, äh... Aber vielleicht sollten sie dann umsteigen auf ein Auto oder sowas! Ja, deshalb sind wir ja gerade auf Parkus 13 auf dem Weg, um ein Auto zu holen! Ja, aber warum haben sie dann ihre, äh, Dame da nicht warten lassen? Ja, gut.. Lässt man sch- Nein, nein, nein... Ich kann doch mal im Türchen nicht stehen lassen! Ja, gut, okay, aber... Die sind ande und angegraben war die so schöne! Ja, ja, aber immerhin, äh, tun sie mir den Gefallen, dann äh, äh, fahren sie vorsichtig und nicht so... Ja, 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 nicht so durch die... K... Oh, ho, 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 ho... Ach so, ich meine Freunde. Ja, mach ich! Mach ich gerne! Nicht so durch die Karpaten, ja? Mach ich gerne! Alles klar, danke! Danke! Dann, dann, fahrt vorsichtig, ja! Okay! Okay! Das ist klar, offiz. Das haben wir zurückbekommen. Bye, have a great time. Wollte nur wissen, wo JP ist. Siehst du, wir kriegen keinen Merker. Haha, aber fast vielleicht. Du musst doch schon vorsichtig sein. Aber Twinkie, ich bin wild. Boah, ist das zu verlieren? Warte. Da will die. Ja, wo seid ihr? Ja, wir sind jetzt da. Wir wurden angehalten vom Sheriff. Weil wir auf einen Rat über den Highway gefangen sind. Okay. Ich glaube, ich höre euch, oder? Oh Gott. Oh mein Gott. Okay, ich pack mal. Oh, ich bin gegra... Scheiße. Ja, super. Zack. Hast du gesehen, was dein Mann kann? Ja. Du musst den Schlüssel rausziehen, Twinkie, und abschließen. Mit mir lebst du ein gefährliches Leben. Ich sag's dir, Pippchen. Ja. Ich bin irre. Nein, nicht das Auto. Ja, welches denn? Wo bleibt der denn? Der kommt doch. Der holt das Fahrzeug. Das ist ein hübsches Auto. Aber da bounce gleich der Bass. Wo du siehst es nicht aus. Wo du siehst es nicht aus. Wie ein Heinige. Ja, ne. Guck mal. Ist da genug Platz, Willi? Ja, super. Ja, klar. Warte mal. Ich schieb den Schlüssel. Warte mal. Ich muss mal gucken. Äh... Ja, noch. Nicht, dass da irgendwas drin ist, was... Also, Pistole. Ist der überhaupt straßenzulässig? Ja, ja. Straße darfst du fahren und kannst super im Gelände mitfahren. Oh Gott. Ne, was soll man die? Gibst du Schlüssel so lang? Ja, 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 klar. Äh, verliere nur bitte nicht meine Pistole da dran. Sag, bitte. Gott. Gott. Okay, dann treff uns am Berg. Okay, das Teil geht höllisch ab. Ne, pass auf. Okay. Erstmal Türen zu machen, die nicht vorne sind. Dicke, bist du bereit? Ja, können wir vorher vielleicht zum Friseur? Zum Friseur? Oh, Aua! Oh Gott! Da fassen wir da unten drunter. Zum Friseur? Ja. Oh mein Gott, ist das schnell. Oh mein Gott. Bitte warte, bitte vorsichtig. Ja. Ui. Wie schnell ist das? Was willst du beim Friseur? Na, nur eben eine andere Haube aufsetzen. Okay. Deja vu. Oh mein Gott, ich bin noch nie so schnell gefahren. Oh mein Gott. Ich bin noch nie so schnell gefahren. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bitte. Bitte. Oh mein Gott, wir werden so sterben. Quatsch. Soll ich mit reinkommen? Du kannst hier warten. Okay. Geht ganz schnell. Oh. Komm, das macht Spaß. Ui, was war das denn? What the fuck, Junge? Du kannst vergessen, wie schnell das Ding ist. Äh, der größte Dankeschön für den Priming-Zeiten. Vielen lieben Dank. Da geh ich nicht dran. Da geh ich nicht dran. Oh, nein. Oh, der Nenn. Boah, der Nenn. Oh, der Nenn. Oh, du siehst voll hübsch aus. Du hast ja einen Pferdschwanz gemacht. Oh. Boah, der geht mir so auf den Sack, der Typ, ne? Oh, du siehst... Oh, mein Gott! Das ist meine Jäger- und Sammler-Frisur. Das ist deine Jäger- und Sammler-Frisur? Ja, richtig. Oh, mein Gott, sind wir schnell. Oh, du Scheiße, bitte. Bring uns nicht um, okay? Bring uns bloß nicht um. Willi ruft an. Ah, Willi. Äh, der, der, die Antea hat mich angerufen. Lass mich raten, warte, 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 nix sagen. Lass mich raten. Der Holländer hat den gefunden. Ich hab keine Ahnung, der hat mich grad versucht anzurufen, dann rief die Antea an und die sagte, der ist im Krankenhaus. Wo? Welche? Ja, hab ich auch gefragt, wohl in der Stadt, wegen MRT und, äh, so weiter. Kommt ihr zurück? Also haben die Pinsel gefunden. Ja, anscheinend. Deja vu! Okay, wir kommen da hin. Bis gleich. Boah, die Karre geht supermäßig krass ab. Ist kalt, ne? Boah. Boah. Okay, bis gleich. Bis gleich. Jetzt hab ich mir extra eine neue Perücke aufgesetzt. Nee, du hast doch nur einen Pferdschwanz gemacht. Oh. Oh, Chef ruft an. Mein Gott, Alter. Ja, Chef. Habt ihr ihn? Winnie hatte mich angerufen, der ist wohl im Krankenhaus. Wie ihr schon gehört, ich bin jetzt im Krankenhaus im Palaiso. Ich bin geflogen. Nee, unten in der Stadt ist der. Okay, ist sonst noch irgendwer verschütt gegangen, oder weil die Polizei ist jetzt mit drei Likoptern hier? Nee, 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 nee. Nee, ich glaub nicht. Hoffentlich der Holländer. Also der Peanut, der, wie Kollegen noch holen. Nee, der Peanut, der Dingens ist unten im Palaiso, also der wurde auch schon gefunden. Wer? Also ich glaube, es ist keiner, keiner mehr um den Schädel verschüttet. Ich danke Ihnen, Herr Officer. Äh, Ronny ist unten im P-Box-Peanut. Ja, da sind wir grad. Okay, ich bin der Palino. Bist du grad mit diesem Juri unterwegs? Nee, ich bin mit dem, äh, Officer hab ich angesammelt. Juri hat versucht, mich zu holen, aber er hat's nicht geschafft. Jetzt hat... Tschüss, Herr Officer. Jetzt hat, äh, mich die Polizei hat mich, äh, gerettet. Ach, die mussten nicht retten. Oh, ja. Ja, ich, ich bin runtergekullert und da kam ich nicht mehr weg. Ach, du Scheiße. Jo. Okay, wir sind im Krankenhaus, kommst du auch her? Äh, ja, ich bin jetzt im Palino, ich muss behandelt werden. Okay, dann ruf ich dich an, wenn ich was Neues weiß. Okay, danke, Pina, bis zu euch. Boah, deine Frisur sieht so hübsch aus. Oh, danke. Oh, du siehst so süß aus. Hm. Hm. Und mit deinem, mit deinem Schlipper hinten. Ist echt sexy. Ja, ne. Pinsel, lieb, freust du dich? Ja, super. Super duper. Das freut mich wirklich, kann meine Freunde gar nicht in, Freude, Freude gar nicht in Worte fassen. Ja, merkt man. Ja. Du bist super glücklich. Ja, das bin ich wirklich. Willst du gleich auch noch vom Budget Auto fahren? Oh. Ja, okay. Oh, doch, das ist keiner. Das sieht aber anders aus. Was ist denn los? Hey, Pinat. Ja. Ja. Bitt du uns da? Oh, anlöchen, die zwei. Ja, wir müssen auf Wartelbehandlung. Ist der tot? Nein. Nein. Gut. Ich geh erstmal im Automaten. Ich auch erstmal ein Snickers auf den Schock. Quatsch. Kannst du mir auch schon ruhig ziehen? Ja, okay. Das ist gut. So. Hier, bitteschön. Danke. Pinsel, lieb. Ja, wundervoll. Wie ist du denn drin? Ja, ich habe vorher Praktikum gemacht, richtig. Wollen wir ein bisschen Keks werden? Um mir das anzuschauen und dann habe ich mich entschlossen, mich zu bewerben. Oh, schön. Ja, das hat dabei geschmeckt, he? Könnte es sein? Oh, wundervoll. Oh, hallo, wundervoll. Oh, hallo, wundervoll. Oh, hallo, wundervoll. Hallo, Willi, du wundervoll. Ich habe mal richtig gehört, dass es geschmeckt hat. Wo ist der Ronny? Behandlung. Behandlung? Hallo, Willi. Wurde direkt mit hintergenommen. Ja, kann ich mit? Ich bin in Notfallkontakt. Hey, Mike. Ja. Ist der Notfallkontakt? Ja. Klemmer, aber jetzt nicht gleich. Wir wollen auch mit. Ja, warte. Ich habe dich versucht zu erreichen und dich ans Bescheid zu sagen. Ja, ich weiß, ich konnte nicht. Ich hatte, ich weiß, was hast du, ein Motorrad. Aber Peter will schauen, drücke ich. Der Holländer konnte mich auch nicht erreichen. Aber ich habe den dann nachher zurückgerufen. Ja, Peter geht ja auch nicht an sein Handy. Ja, aber 500.000 Leute mal einen Ruf, habe ich keinen Bock. Ja, dann werde ich einen Ruf. Wo muss ich hin, Mann, Nolia? Ja, warte, ich frage mal ganz kurz. Ich glaube, der ist noch in Behandlung, wird jetzt mal durchgeschickt. Ja, aber was hat der? Der hat immer eine Spanfäcke, zwei Spanfäcke gefressen, einen Lustböcke gefressen. Ja, der hat sich bestimmt nochmal. Und einen Kaffee getrunken. Duschen die den wegen des Laufs gleich? Die spritzen den kalt ab. Achso, so wie die Feuerwehrschlaufe hier wahrscheinlich vom Krankenhaus. Ja, wie bei Rambo 1. Ja, ja. Der ist gerade nicht im Funk. Der reicht dir nicht, aber der sollte, also Ronny sollte gleich Laufkommen sein. Fischer hat gefragt, ob die, so wie alte Waldstraat rausgekommen ist, so mit rasiert und langer Bart und so. Zum Glück ist der nicht gestorben. Ja, dann zahle ich dir. Da hat er auch kein Buch oben ein Klemmer, was kann ich für sie tun? Ich bring den um, wenn der kommt. Hallo, Herr Gelsky. Ja, dann bitte vorm Kampfer. Ja, wo sind sie denn? Hier gleich hier, der könnte wieder zusammenfahren. Alles jung? Nein, wenn du nicht jemals, hast du auf dem Staatsgelände was gemacht. Ja, weil alles hatte ich nur bei mir gemacht. Das ist hier Staatsgelände. Nee, nee, Pizzl darf das. Ja, ja, ein Tee hat er mich angehört. Ja, doch, weil das Pizzl ist der beste Kumpel von ihm. Nein, du schläfst heute zu Hause. Oh no. Nein, zu Hause. Jetzt musst du aus deinen Fehlern lernen. Warum willst du mich dafür bestrafen? Das kann doch nicht angehen. Wenn das der Winnie erfährt, ich sag's dir. Hä? Der haut dich gelb und grün. Warum? Das sind keine schönen Farben zusammen. Du bist im Hotel gewesen, was soll ich machen? Wieso soll ich dich da rausbekommen? Ich hab sogar unser Auto abgeholt. Und hab's dir vor das Hotel gestellt. Nee. Hab ich wohl. Also, nee. Na klar, guck doch. Hab ich nicht gesehen, als ich rauskam. Ach ja, sollen wir hinfahren? Ach, da bist du bestimmt mit dir zum Park gefahren, ne? Ich hab's dir vor das Hotel gestellt. Ja, als ich schon lange raus war. Nee. Schon gestern. Ja, ja, ja. Hab ich auch. Ja, ja. Oh, komm. Komm, Feinen. Komm. Pinsel Sehenbehandlung. Komm, komm. Jalla. Komm. Pass auf, mein Freund. In diesem Ton redest du nicht mit mir. Dann hör auf mich für Sachen zu bestrafen, die ich nicht getan habe. Nee, du bist jetzt mal ruhig. Nee, du bist jetzt mal ruhig. Du bist ruhig. Nee, du. Ach komm. Nee, ach komm, du. Nee, komm. Nee, komm. Nee, komm jetzt. Nee. Komm. Ich zeig dir. Nee, du kommst. Ja. Immer. Komm jetzt. Komm. Nimm meine Hand. Komm. Pinsel Sehenbehandlung. Das war gestern Abend und ich saß mit im Auto. Ich hab meine eigene Handschuhe sehr gut da heute. Ich will aber dein Händchen halten. Ja. Wir sind immerhin ein verheiratetes Paar. Ja. 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 Und da stellst mir Sachen, die nicht stimmen. Glaub ich dir das Auto anstellt. Ich bin heute, also komm. Ja, du bist heute grumpy as fuck. Nee. Doch. Nee, ich bin heute aus Hotel raus kein Auto. Wohl. Was mach ich halt noch? Ich will mir einen neuen Vorwagen. Dann musst du dir mal die Augen waschen. Im Handschuhfach. Augen waschen. Das hab ich nicht mehr nötig. Warum? Ach so. Hast du Kontakt mit. Vielleicht mit schlechten Kontakten. Hä? 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 Ja. Auto steht trotzdem wohl da. Ja, jetzt hast du's hingestellt. Ja, wann denn? Wann denn? Ja, als du zum Park gefahren bist. Wie bist du sonst da hingekommen? Bestimmt nicht gelaufen. Ja, warum traust du mir nicht so, dass ich hinlaufe? Nee, komm. Jetzt wird man nicht albern. Ja, du bist so, du bist unfair, Twinkie, ne? Unfair bist du. Seitdem wir in dieser Stadt sind, hast du dich vereinbart. Wen hast du alleine gelassen? Du warst im Hotel und du hast Heier gemacht. Dein Sanetötchen hast du alleine gelassen. Du hast Heier gemacht. Soll ich dich wecken aus deinem schönen Schlaf? Ich hab nicht Heier gemacht. Was meinst du, warum ich müde bin? Das ist Wohlheier gemacht. Woll ich nicht. Da, guck. Wo steht das Auto? Ja, hast du super vorhanden hingestellt. Ich hab's dir aber hingestellt. Ja, komm. Zu spät. Zu spät. Wie zu spät? Soll ich dir jetzt vorhalten, dass du mich nicht mal angegriffen hast? Was machst du? Komm jetzt vor den Taichin. Déjà vu. Du darfst mich nicht für etwas bestrafen. Oh, nur hab ich das gesagt. Nein, darfst du nicht. Das ist unfair. Das ist ganz unfair sogar. Das ist ganz unfair sogar. Das ist ganz unfair sogar. Ja. Oh mein Gott. Was denn? Ich probier das nur aus. Ja. Das fährt super. Willst du auch mal fahren? Ja. Ja? Ja, okay. Okay, warte. Oh mein Gott. Da wird der Speck durchgeschüttelt. Oh mein Gott. Oh, es fährt sich so gut. Das wird dir gefallen. Und es ist so schnell. Oh mein Gott. Nein, mir ist schlecht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, nicht Kürzerchen machen. Ja, ein großer Ding. Wie? Wie kriegt das jetzt wieder weg? Was denn? Komm, verdun mal. Es macht Spaß. Spaß. Ich guck mich an. Ist doch gar kein Kürzerchen. Ich bin voller Kürzerchen. Nein. Leise. Dann fahren wir zum nächsten Klamottenladen. Ja, aber fix jetzt. Was? Fix jetzt. Ich verstehe immer was Falsches. Ich schneide mich besser an. Immer ruhig, immer ruhig, Twinkie. Immer ruhig. Oh Gott. Fährt sich gut. Oh mein Gott. Fährt sich gut. Ja. Nein. Ja. Ja, 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 gut. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wie empfindlich ist das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das stand da hauptsächlich. Das haben die gerade erst so hingestellt. Nein, Twinkie. Das auch. Du bringst den Sohn. Oh mein Gott. Ja, ich versuchte das Ding hier unter Kontrolle zu bekommen. Das ist wie ein wilder Bulle. Ich sag's dir. Das sehe ich. Oh Gott. Oh Gott. Pass auf, hier ist Party. Okay, okay, wir sind da, glaube ich. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh. Aua. Oh mein Gott. Ich bin so ein bisschen gelandet. Jetzt soll dir neues Klapporten kaufen. Ja. Bis gleich. Nichts passiert. Kauf dir auch mal ne Kappi. Ja, haben sie nicht für mich. Ich hab schon geguckt. Seid auf ihr Schild. Aber nicht die Zweierversion. Doch, haben die bestimmt. Nee. Doch. Nee. Doch, guck mal. Oh. Was denn? Jetzt hast du deine Hose angezogen. Du musst mal gucken. Sick of your shit. Ja, okay. Oder probier einfach jede mal. Oh, okay, 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 okay. Oh. Oh, die Kaus. Danke für den Rieser. Mein Name ist Cookie bei Brillen. Warum sagst du denn nichts? Was? Big of your shit. Ja. Da gibt's zwei Versionen von. Die erste. Musst du mal gucken, ob die da passt. Passt nicht? Nee, das ist nicht so eine. Die gibt's nicht. Aber die muss es geben. Nee, gibt's aber nicht. Dann probier mal alle an ein bisschen. Die muss es geben. Vielleicht. Also von meiner Marke ist sick of your shit. Ja, aber ich hab nicht so eine. Doch, bestimmt. Musst du. Musst du, Musst du. Hallo, Dayday. I just think you get a coma. Also, ich will ehrlich sein. Das sieht hier ganz schlecht aus. Ja. Ich soll jede durchgehen. Boah. Hm. Ja, du musst diese Kopfhörer finden. Die stehen dir bestimmt gut. Hallo, Master P. Kopfhörer. Ja, die... Ja, ich weiß nicht, wie... Ich weiß nicht, wie die... Ich weiß nicht, wie die Frauenmakel da vorne heißt. Kopfhörer. Ja. Ja, aber auch nicht, nein. Gibt es die Marke nicht sick of your shit? Sick of your shit gibt's nicht. Puh. Wahrscheinlich ausverkauft oder so. Das kann natürlich sein. Oder du probierst ein bisschen noch was an. Vielleicht findest du was, was ich war. Ich probier hier wild rum, aber... Ich glaub, mein Kopf ist einfach nicht geschaffen wie so. Hast du schon mal geguckt, ob es coole Sonnenbrillen gibt? Sonnenbrillen? Das können wir ja mal checken. Aber ich glaub auch eher nicht. Ich glaub auch eher nicht. Hallo, der Gruß. Check, nehmt euch ruhig den Gepäckchen. Heute ist ruhig. Heute gefällt mir auch. Picks, die Buben, danke für den Re-Sub im 24. Monat. Zwei Jahre. Geh geschlafen. Dankeschön. Lalalalalala. 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 Mein nicht, hau'ma ab. Du siehst ja jetzt schon richtig cool aus. Hast du nur wohl angezogen. Wenigstens hast du ne coole neue Frisur. Neue Idee. Aber ne neue Hose hast du an. Ja, meine Idee. Willst du fahren oder soll ich fahren? Ähm, ja, ich würd wohl fahren. Oh, warte, Willi ruft da. Warte mal. Ja, Willi. Ja, Ronny ist da. Komm, wo bist du? Ja, hier in der Halle. In der Halle. Welche Halle? Ja, hier in der Eingangshalle. Ja, wir kommen. Okay. Okay, bis gleich. Gleich. Oh mein Gott, aua. Und das passiert, wenn man zu schnell in die Range fährt. Äh, Unicorn. Vielen Dank für fünf Gäste. Zapf mal. Dankeschön. Und Tipsy oder so. Dankeschön für den Prime im vierten. Aber voll ein Gäste. Gar nicht wahr. Lüge. Dankeschön, Unicorn. Ja, es gibt immer noch Kopfschmerzen. Ja, es gibt immer noch Kopfschmerzen. Ab und zu mal, ja. Wenn man zu schnell in einen bestimmten Bereich fährt, wo zu viele Menschen sind. Okay. Ist gar keine Abo-Falle. Ich geh mir erst mal ein Duplo. Ich hab noch einen Knopf aus dir. Nöbel, guten Abend. Und Hallo, Timo. Mir geht's gut. Schafft er auch. Ich bin mal gespannt, was der Pinsel sagt. Leider ein bisschen doof, dass wir nicht suchen konnten. Aber so wie ich verstanden hab, wurde er auf ganz mysteriöse Art und Weise gefunden. Och nö, jetzt ist der Server voll alterleglicher Marke. Nein, es gibt keine Einstellung dafür. Das hat nichts mit den Texturen und so zu tun. Das ist Blödsinn. Teilen nicht vergessen und auch Knoppers. Wir können an den einen Knoppers, den ich hab, teilen. Du bist aber noch nicht gesund. Dann gute Besserung, bis da immer du hast. Oh, Bruder. 500 Leute passen gleichzeitig drauf im Server. Ja, der wurde ganz zufällig gefunden. Ich bin aber kein Supporter, Uni. Hallo, Blackmoondog. Guten Abend. Ich hab schon drei Knoppersriegel gefuttert. Ich sollte eigentlich damit aufhören, muss die noch flanker werden. Ich find die Knoppersriegel eigentlich gar nicht so gut wie die normalen Knopper. Spiele alles auf superhoch und hat noch keine Kauschmützen durchsink. Ja, das liegt auch nicht an den Einstellungen. Liegt einfach daran, wie gut deine CPO und alles das handeln kann, wenn du den Syncrange fährst von zu vielen Leuten. Weshalb die Spieler mit schlechteren PCs auch öfter crashes, als die mit guten. Nee, kein DJ Curtis jetzt. Annoterriegel? Schon nie gegessen. Kinderriegel sind cool, ja, Mann. Boah, das können sich jetzt wieder nur um Stunden handeln. Ich hab aber irgendwie das Gefühl, dass heute der Wurm drin ist, ich weiß nicht. Fühlt sich alles komisch an heute. Nicht so locker. Boah, lass mich auf den Server, bitte. Kinderbrinus auch cool. Blöd. Boah, schulgebungs. Ja, Mann, Alter. Boah, ich krieg Hunger. Kinderriegel-Tot hab ich noch nie gegessen. Blöd. Ja, wunderbare, Glimmer, ne Tankstelle gekauft damals. Das sind die Dinger mit Erdnungsbutter, ne? Benjamin Blümchen-Torte hab ich auch noch nie gegessen. Alles mit Kokos ist nicht nice. Magst du keinen Kokosnuss? Schokobong ist die ganze Oben. Boah, ich krieg die. Muss man überlegen. Die beste Süßigkeit. Boah. Sucuk. Lasse Dankeschön für den Prime im Fünften. Merci. Ben und Jerry, das ist aber Eis. Fangen jetzt nicht mit Ruche an. Ruche? Was ist denn Ruche? Daim? Nee. Rhesus-Diskussion werden. Der Rhesus und O-Fat-Mann. Boah, ich weiß nicht. Prinzenrolle gehen gar nicht mehr, Klaas. Irgendwie ist der Keks über die Zeit vertrucken geworden. Wichtige Süßigkeiten-Experte hier, Alter. Nee, keine Musik, keine Musik. Geht bestimmt gleich los. Irgendeiner crischt immer. Ruche, oder wie das heißt. Ach, du meinst Dings, Alter. Ferreo Roche. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Spricht man das aus? Roche, glaube ich. Hallo, Chris Anthem. Boah, Giotto sind auch krass, Alter. Dickmann auf Brötchen als Kind immer beim Bäcker. Stimmt. After Eight ist auch cool. After Eight ist auch cool. Toffee, Toffee-Fee ist auch gut. Was ist mit Pinsel? Der ist im Krankenhaus. Ich würde das ja gerne zeigen, aber der Server ist voll. Das beste Eis auf jeden Fall, Ben und Jerrys. Egal, welche Sorte. Ist immer gut. After Eight ist ein Heimann. After Eight ist voll geil. Kinder Maxi Kings auch geil. Milchschnitten auch gut. Oder Kinder Pinguinen. Ist auch gut. Oder Montef Pudding, Alter. Ja, Mann. Curly Burl, die sind auch gut. Gelee, Bananen. Bah. Bäh. Boah, wie heißen diese Bonbons nochmal? Diese Weingummi. Tropical irgendwas. Diese Tropical-Dinger. Die sind auch geil. Los, da geht weiter. Ab geht's. Schokosin. Nein, nicht Toffee-Futti. Die heißen hier nicht. Tropical-Fruit heißt die, glaube ich. Milchschnitt auf Brötchen ist auch gut. Quinkie. Quinkie. Hallo. Ja. Geht's dir gut? Ja. Was machst du? Ja, ich stehe hier. Ja. Ich bin wieder da. Warte. Ich muss kurz pipi da. Mach ihn drinnen auch mal. Boah, ich liebe Marzipan, ne? Oh mein Gott, aua. Uiuiui. Twinkie? Ja. Was bist du so aggressiv? Ich bin nicht aggressiv. Oh mein Gott, bitte nicht. Schon wieder. Was denn? Irgendwas stimmt dir nicht. Ach, nö. Hey, Schäppchen, was ist denn heute los? Kann doch nicht wahr sein, Mann. Okay, Süßigkeiten, Tor geht weiter, let's go. Oh, safe Mainboard, ja, Mainboard wieder kaputt. Ich glaube, es ist besser, wenn ich fahre. Marzipan ist richtig killer. Oh, Milky World stimmt, Schorti. Lieblingsgetränk. So allgemein oder irgendwas Süßes so? So Cola oder so ein Chit? So ein Chit? So ein Chit? So ein Chit? Oh, Dr. Pepper ist, Dr. Pepper ist okay. Nutella, Brot mit Butter oder ohne? Beides. Also kann man mit essen, kann man auch ohne essen. Okay. So er ist kein Pfeil. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh mein Gott, Alter! Hau mir in die Fresse, bitte! Oh mein Gott! Hau mir in die Fresse, bitte! 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 Hau mir in die Fresse... Hau mir in die Fresse, bitte! Hau mir in die Fresse! Hau mir in die Fresse! oder was? Pencil? Ja. Du hast ja gar keinen langen Bart. Nee. Setz dich mal vernünftig hin. Geht's dir gut? Ja, ging die Wäsche. Wir haben gedacht, du bist tot. Ja. Bist du jetzt ein echter Wolf oder was? Ja. Cool. So eine Art. Gehst du jetzt auch Robbenkloppen auf D-Max? Nee, eine Berglöwenmama hat mich gefunden und zu den Welpen mitgenommen. Die haben mich gesund gepflegt und ernährt. Oh, wenn sie... Das glaub ich dir nicht. Es war nur Quatsch. Die hätten dich getötet. Was ist denn passiert? Erzähl mal. Ähm, naja, ich war einen Sprung vom Milikopter gemacht. Ja, warum machst du denn sowas? Ich hatte Bock. Ja, merkst du selber, ne? Ja. Ja. Und dann bin ich rausgesprungen. Fallschirm ging auf. Hat die ganz gut aufgesehen. Ich bin kurz gesegelt und wollte lenken. Und dann? Der hat gesagt, ich kann von hier bis zur Stadt fliegen, hier hin. Ja, ähm, ich kann das Ding nicht ganz so lenken, wie ich mir das vorgenommen habe. Und dann hat sich das, wie sag ich mal, verknuddelt. Und ja, da bin ich wie ein Stein nach unten. Und ja... Ach so, ne. Ich hab dann Panik gekriegt und hab an allem gezogen, was passieren kann. Ich hab sogar mein Gürtel ausgezogen. Alle Schnüre. Und dann bist du mit dem nackten Schwanz rumgeflogen. Nein. Da gibt's einen Notfallschirm dran. Ach so. Ich dachte, den Gürtel von deinen Hosen. Ja, da hab ich auch dran gezogen. Und? Der ist weg. Okay, und dann? Ja, dann bin ich noch mit dem Notfallschirm. Allerdings konnte ich den nicht gut lenken, weil der war auch verknuddelt, weil der andere richtige Fallschirm ja verknuddelt war. Und dann bist du auf dem Kopf gefallen. Und dann hing ich da am Baum. Minuten, Stunden, Tage, Wochen. Es kam ewig vor. Gar nicht so was. Drei Tage weg nur. Oh. Auf jeden Fall hing ich da. Und ja... Irgendwann ist das Seil gerissen. Und mein Handy hab ich verloren. Das ist runterfallen. Das ist kaputt auf dem Stein. Und was ich unten... Ich glaub du nicht. Nein. Wie bist du denn vom Baum runtergekommen? Na, mit den ganzen Verletzungen an meinem Bauch. Und mit dem Gips. Ich hab von Ast zu Ast gebremst. Ich hab's ja alle abgeräumt. Du kannst ja nicht von Ast zu Ast springen. Du bist nicht Tatsache. Ja, genau. Ich bin da rauf gebums. Und wie hast du Ast? Was hast du gegessen? Bumm, bumm, bumm. Nix. Ich war verhungert und verdursten. Dann hab ich einen Fluss gesucht. Und Tiere. Und wollte mir einen Bogen schnitzen. Aber das kann ich nicht. Weil ich hatte kein Messer. Und ja... Verdammt? Du kannst doch mit einem Stein Bogen schnitzen. Ja, aber nicht ich. Warum? Weil ich das nicht kann. Ich bin eine Dorni Grills. Ja, du bist ein Pinsel, Hopf. Und dann... Ich hab's über Mücken gefressen. Die saßen am Kadaver. Ich glaub, du erzählst Quatsch. Oh nein. Doch, du erzählst nicht die Wahrheit. Was ist wirklich passiert? Was mit der Sprache? Uns kannst du sagen. Genau, uns kannst du sagen. Vertrauen. Du hast bestimmt wieder Autos geknackt und hast dich versteckt im Wald. Das ist... Sag die Wahrheit, Pinsel. Wir sind deine besten Freunde. Ja. Ja. Guck's aus, los. Los, sag uns die Wahrheit, was passiert. Lass es raus, komm. Weißt du, wir dachten, du wärst tot. Twinkie lag vorhin bei mir im Auto im Arm und hat ganz doll geweint. Schrecklich ist so schrecklich. Willy hat sich Sorgen gemacht. Holländer hat mich hundertmal angerufen. Wie jeden Tag. Alle, sogar der Chef kam dich suchen. Der Architekt kam mit seinem Redekopter hat dich gesucht. Ja, ich hab den gesehen. Ich hab den gewunken. Alle haben dich gesucht. Jeder hat sich Sorgen gemacht. Hab sogar gebetet mit dir. Ich hing wirklich ewig im Baum. Und bin am Boden geknallt. Jetzt hab ich Krücken. Ach ja. Ja. Und was hast du gegessen? Und jetzt sag nicht wieder Mücken. Sonst klatscht der eine. Ich hab wirklich ne Mücke gegessen. Ich schwör's. Das ist absolut widerlich. Ja, aber nur einige. Die anderen sind dann weg gewesen. Und das ist keine Lüge. Ich hab fast nichts gegessen. Als der Früchte sammler mich dann auf sehr spirituelle Art gefunden hat. Wer hat dich gefunden? Der Früchte sammler Ben. Der mit dem blauen Haaren? Ja. Der hat dich auf Mystery gesagt. Nein, auf spirituelle. Der hat mir eine Auge gestillt. Ja, ja. Ist der so einen Meter vorausgesprungen? Ja. Von Stein zu Stein. Richtig. 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 Irgendwas hier liegen. Ja. 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 Ja, er hat mich dann, hat er gesagt, wo soll ich dich hinbringen? Da hab ich gesagt, obens Krankenhaus zu Riccardo und meinem Hausarzt. Ja, dann hat er mich hier runtergefahren. weil das krankenhaus schon weit weg war trinke hat sogar ein roller besorgt wir wollten nicht suchen aber der rolle hat nicht auf den berg geschafft dann haben wir zum bild dieses auto geliehen aber den roller habe ich nur geholt weil ich wieder mal eingelassen wurde naja hauptsache du lebst und die gibt's gut ganz so arbeiten ja aber ich kann nicht fahren also du bist nicht der beste fahrer von uns ich habe krücken die kümmer ja theoretisch kann ich mitfahren nur aber sei froh dass du ein wald war warum ich habe gestern leute kennengelernt dass das schlug da der pfeift ein schwein den horst aus und dickeln und seine schwester die ist nur am lachen nur du kannst sagen kaugummi und die lacht nur am lachen muss ich mir vorstellen wenn auch könnte holen dann kommt wollen wir gehen ja kommen wir hauen ab aber wir haben nur zwei sitze oh Mist wieso Pinard hab ich doch gesagt ey Pony weil Pinard muss dich auch bedanken he der hat sich Sorgen um dich gemacht ey nochmal das ist unser bestester Freund ja hier kommen wir mal mehr ja weil alle die mögen oh Twinkie guck mal da kommt Oma Turtle das ist Oma Turtle ja Oma Turtle Oma Turtle die magst du bestimmt ja Oma Turtle geht heute nachts um Strippe ich hab hier einen Platz besorgt Oma kommt heute umsonst rein beim Striplade du wärst auch unser bester Freund hättest du nur noch ein Bein ja Oma Turtle du hast ja Lust ja Oma Turtle guck mal Oma Turtle das ist meine Frau Twinkie ja hallo Pinkie de Cypri's schöne Haare oh danke schön dass es dir mal aufgefallen ist mir ist es auch aufgefallen hallo ich bin Twinkie Oma Turtle Oma Turtle Oma Turtle das ist aber ein herzhafte Mamo ja super Mamo ein Mädchen das doch anbocken kann ja 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 Oma Turtle wo hast du den Hut her den hat mir der Friseur ausgeliehen ah der sieht frisch aus mh oh oma erdnüsschen hast du Hunger ich? nicht wir haben unseren Freund Pinsel wieder gefunden der war verfeuert ich war ein der Roni ja ich hab denen mit suchen geholfen gar nicht doch ich bin noch bis nach oben offenbar und Chili hat gelaufen Da bist du gar nicht hochgelaufen. Du bist aber ne starke Bubbe. Aber auch anstrengend. Ja, was machen wir jetzt? Setz dich hin, Mama. Wir wollten doch abhauen, oder nicht? Ja, lass uns abhauen, ja. Oma geht heute Abend Ristriptease gucken. Soll ich das holen schnell? Soll ich das holen schnell? Ja, dann hol auf. Boah, sei nicht so gemein zu mir. Was denn? Ja, was denn? Hallo. Hallo, Chef. Hallo. Ich geh kurz holen. Boah, ey. Auf jeden Fall nochmal danke. Was ist mit dem Team? Was ist denn in seinem Problem? Boah, die geht mir halt auf Nerven, ne? Garn, was ich sag. Immer wirklich angemeckert. Wie mit euch, Chat. Wie mit euch. Super klare Sau-Loll. Nur geärgert werde ich auch nicht so schnell. Immer werde ich angemeckert. Na, glück nicht. Wohl. Stich in mein Herz. Freaky Otter Dankeschön für den Prime 31. Ich bin kein 31er. Wohl. Und Cody Assis Dank für den Prime 7. Kennt ihr? Je, 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 je. Ich bin kein Ärgerer. Immer lieb. Mistkacke hier vor allem. Ich hab Vorfall, du Arschloch. Schade, ich hab eigentlich gedacht, daraus wird ein großes, ein mittelgroßes Event mit dem Suchen. Ich heul nicht. Ihr heult. Ärgerer. Aber Hans, wer weiß eigentlich noch nicht, dass du in die Luft geflogen wirst, also von dem her. Okay, Pinser, komm, wir haut schnell ab. Ich meine langsam, du kannst ja nicht schnell. Ja, komm mit Oma. Wir gehen nachher mit Oma des Rufs. Ja. Komm, Pinser. Käftert mit dem Gehalt, machen wir später. Ich hab's nicht vergessen. Ja, genau, so mir meinst. Warum? Oh, danke. Die schmecken echt gut. Ich werd zufallen, Twinkie. Und jetzt schreib mich nicht wieder an. Ja, ich war wohl. Jetzt beruhig dich mal. Andauern schreist du mich an. Das ist nicht wahr. Wohl. Du bist gar nicht mehr zärtlich zu mir. Nimmst mich nicht mehr im Arm, machst du nur Vorwürfe. Wieso macht niemand die Krücken für mich da rein? Weil du schon kostest. Genau. Freut mich wie ein erotner Mann. Warst drei Tage im Wald? Sei mal verheiratet, dann weißt du, was der richtige Struggle ist. Frage. Ja, weiß ich. Nee, ist ausklapp. Ein schönes Auto. Mir gefällt die Farbe. Ja, Twinkie hat das Sackchen. Wie angene. Farbe finde ich auch toll. Hast du wieder Kekse gebacken, Hume-Türtel? Ja, ich hab noch Zuckerwatte. Ja, fütter den Pinsel mal. Ich hab schon gekriegt Zuckerwatte von ihr. Aber du kannst gern noch einen selbstgebackenen Keks haben. Wieso einen? Ich will vier. Kriegst du, kriegst du, kriegst du. Ich hab ne ganze Tüte dabei. Okay. Wie heißt du, Frau? Warte. Weil diese Eide ist wie ein Schild hüllte. Okay. Probier, du schreitst mich jetzt an. Twinkie. Ja? Soll ich tanken? Ich kann ja aber nicht aussteigen. Jetzt kündig. Na los. Was, tanke Benzin? Benzin, ja. Teddy sicher? Ja. Halb sicher. 50-50 vielleicht auch Strom. Nee. Benzin. Na, Oma? Na? Oh! Behält dich bloß drinnen. Das ist der Tankschlauch. Oh! Ich komm Benzin ins Auto. Was sollen wir machen? Irgendwo weg von allem. Weg von allem. Okay. Soll wir zum Strand fahren? Am Strand? Okay. Wir können noch zum Burger laden, wenn wir schon mal hier sind. Ja, okay. Oh, das ist ein Plakat von Burger. Was? Da war ein Plakat von Burger. Ah. Das ist bestimmt dolle Hunger, oder? Ja. Naja, die haben mir... Netterweise wurde mir direkt ein Spanfergel gegeben. Ja. Das ist ein Zufall. Ein ganzes Spanfergel. Ja, ein ganzes Spanfergel. Oh, meine Arme. Oh, meine Arme. Anschneiden. Oh, Twinkie. Das war die Fensterscheibe. Komm, du kriegst es schon hin. Oh, Gott. Aber hier ist schon gar kein Parkplatz. Ja, für Twinkie schon. Oh, was habe ich getan? Der Chef kommt. Ich sehe den. Oh, mein Gott, Twinkie! Oh, mein Gott! Alter, was ist denn bei euch kaputt? Twinkie versucht zu parken. Jetzt steig raus aus dem scheiß Auto und fährst den ganzen Laden zu Brei. Oh, Mann! Da bist du aber nicht ganz drinnen, ne? Sag das nicht auf! Die packt uns weiter. Doch, du hast perfekt gepackt, Twinkie. Ja? Ja. Alles gut zu Ohr. Bloß nicht mehr fahren. Kann ich hier aufstehen? Ja. Raus hier. Oh, Mann, ist keine Fensterscheibe mehr drin. Wie komme ich denn schon an die Krücken? Nee, ist kein Fenster mehr drin. Ich hole dir das raus. So. Okay. Twinkie, nur ein Stück vor. Nur ein Stück vor, Twinkie. Na, die Oma hat sie auch. Ich habe... Ach so, die Oma hat die Krücken. Das halten. Ja. Ach, danke, Oma. Bitte. Bin nett. Alter Kippenschachtel! Kriegst du hin? Mann, jetzt stell dich nicht an. Kriegst du die Tür auf? Ähm, wisst ihr, wie lange ich die Klamotten hier schon an habe? Ja, wie lange dann? Na, bevor ich den Sprung hatte. Ich hätte gerne... Da müssen wir den komplett kaputt. Was denn? Wir sind komplett kaputt. Wir gehen gleich neue kaufen. Erstmal kriegst du Cookies. Nein. Danke. 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 Vielen Dank. Oh, Bärchen. Haben die schon Pee gepackt? Okay, dann war's das. Ja. Weiß nicht, ich kann ja mal fragen. Ich tue Schlachtisch gleich. Na klar. Halt dich ein. Wir müssen für Pinsel gleich nur die Klamotten kaufen. Boah, du bist aber so grumpy heute. Du kriegst doch gleich was zu essen. Ich habe jetzt Hunger. Oh, oh. Oh, oh. Welches Zeichen? Was? Du musst Winkie Hunger haben. Ja. Jetzt, Winkie. Ich habe da einen Schokoriegel. Oh, danke. Für den kleinen Hunger. Für den kleinen Hunger zu steuig. Das hört sich so falsch an. Warum weinst du jetzt? Das war köstlich. Ach so, ich dachte schon. Ich kann dich heute nicht einschätzen, Twinkie. Oh je. Einschätzen? Ja. Ich hocke mich hin und dauert zu lang. Oh, ein Skateboard. Was meinst du denn du mit einschätzen? Ich kann heute nicht einschätzen, wie du drauf bist. Wie ich drauf bin? Ja. Vielleicht kannst du das ja einschätzen. Aua. So. Was geht? Ach, valli muheleikum. Pass auf. Okay. Ich hätte gern zwei Cheeseburger mit Doppelcheese. Und zwei Chickenburger mit extra Chicken. Und wie mal eine Cola. Und ab die Trinkpäckchen. Äh, nee. Warum steht denn das dann da immer noch drauf? Weil wir die leider noch nicht im Sortiment haben. Wie sieht es aus mit Actionfiguren? Leider immer noch nicht, nein. Oh, okay. Und ich bekomme das Gleiche. Okay, ich glaube, dann bin ich fertig. Ich bekomme das Gleiche. Seid ihr zusammen oder getrennt? Ich zahl. Wie immer. Ich habe alles für die Kontakte. Was willst du denn, du Hesse? Ja, easy, mach ich euch fertig. Danke. Jetzt kommst du also so, ja? Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Ach, willst du essen? Eigentlich ja. Okay. Ich mach das schon. Die Oma möchte helfen, sie ist ganz nett. Du bist so weit weg. Gibt's nur zu lachen. Du musst auch mal auf meinen Fingernigel achten. Pinde. Ich höre ich auf dem. Ach, ja? Ich glaube, die Twinkie mag mich nicht mehr. Warum? Der hat mich gerade gehauen, keine Sau gesagt. Oh. Oh, Mist. Was geht? Was geht, Twinkie? Baby? Was geht? Was geht? Alles gut? Ist gemütlich. Na klar, Oma. Die Oma tut mir cool. Was lacht du? Ich weiß schon nicht. Ronny, was ist in deinem Ronny-Menü drin? Musst du Jenna fragen? Weißt das doch wohl selber. Nee. Die macht immer. Jenna, was ist im Ronny-Menü drin? Ich weiß nicht, was da drin ist. Ich bin nur so voll zum Quatschen. Ein Schoko-Sakes. Ah, die habe ich vergessen. Gut. Ei, oi. Oi. Oh, ho, 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 ho. Oi. Pro-Gamer. So sieht's. Das kriegt mich so auf, ne? Was denn? Ja. Weißt auch nicht. Heute ist der Wurm drin. Oh, nein. Das sag ich dir jetzt mal. Heute ist der Wurm-Schon-Tag. Ja. Dann bin mein bester Freund weg. Dann ärger Twinkie mich. Kommt er wieder? Dann kommt mein bester Freund wieder. Aber der ist ja auch lieb. Warte. Hörst du das? Äh, was denn? Mann. Nix. Mann. Das ist ja. Riechst du das? Nee. Twinkie, komm doch hier rüber. Wir haben noch Platz auf der Couch. Ich muss erst mal auf dem Klo. Okay. Was weh. So. Voll die Zeit so schlecht drauf. Oh je, dann will nur was. Erklärt das die Boiler in meiner Karre, dass die so schlecht drauf ist? Nee, die packt immer so ein. Okay. Du, äh, bitte nicht im Laden. Ach, das ist ein Kaugummi nur. Hast du, okay. Ja, gut. Was du daraus, ja. Ich rauch nicht. Das war ein Kaugummi. Okay. Ronny, du hast wieder Glück, ey. Wurde wieder eingeladen, ne? Das sieht immer bequemer aus. Im Glück hab ich kein Lock in meinen Hosen. Ja, danke. Wenn nicht, würde ich dir den auch stopfen. Danke schön. Oma, setz dich vernünftig hin. Dankeschön. Jetzt würfeln wir trotzdem weiter. Danke. Ich hab keinen Würfel mehr, Cody. Aber ich hab einen. Ich hab auch keinen Würfel. Das macht dann 500 Dollar, bitte. Mein Würfel ist verloren. Ja, aber wir würfeln jetzt, du sagst gerade oder ungerade, und ich würfel. Okay, gerade. Gerade. 1000 Dollar Einsatz, okay? Oh, fein. Okay. Da bin ich schon. Scheiße. Ich hatte recht. Meine Frage, wie machen wir das jetzt mit dem Schaden an meinem Fahrzeug? Was zum Schaden? Danke, Cody. Deine Frau hat ja meinen Wagen voll mitgenommen beim Parken. Hast du Bilder von dem Schaden? Kannst du ja rausgehen und gucken. Ich guck gleich mal. Ich hab keinen Schaden gesehen. Okay. Du hast natürlich hier. Er hat eine schöne Schiecher. Äh. Ja. Ist die wieder aufs Klo? Hat sich deine Frau in die Oma verwandelt? Nee, ich geh mal kurz gucken, wo die ist. Ja. Sie hat nicht viel geschlafen. Glaube ich. Hat dir Gott gesagt. Hallo? Ja. Ja. Wir müssen reden. Okay. Ich will nicht, dass du schlecht drauf bist. Ja. Sei nicht schlecht drauf. Ja. Und der Typ will Geld haben, weil du sein Auto geräumt hast. Ja, das kann er vergessen. Ja. Ich hab dem gesagt, er soll mir ein Foto zeigen von dem Schaden an seinem Auto. Ja, das sollte er auch nicht tun. Und darum gehst du früher in ein Halbett. Das hättest du mir jetzt früher sagen müssen. Warum? Ja. Keine Ahnung. Darum. 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 Ja, warum? Ja, darum eben. Gib mir doch einen Grund. Ja, nimm deine Tüte. Deine Meckmenü. Komm. Nicht schlecht drauf sein. Du hast so die Haare schön heute. Ja. Ja. Was, was, was schmeckt ihn denn daran nicht? Das ist zu süß oder zu unsüß? Das ist zu süß, ja. Okay. Noch ein Spannes. Oh, alles gut, Oma. Alles gut. Wollen wir abbauen, bevor der Typ uns verlabert? Okay. Wollst du ihn abbauen? Ja, bevor der noch wirklich Geld will. Okay. Er ist mit dem Auto. Der kommt. Da ist doch gar nichts. Ich seh da gar nichts. Okay. Also die Beulen waren da vorher noch nicht. Das sind, das sind Steinschläge. Von den zwei Kilometern vom Autohaus hierher. Ja. Klar. Guck mal, wie dreckig das doch ist. Steig ein, Speckschnütchen, bevor uns die Wohnung abfackelt. Schnell. Schnell. Okay. Oh. Dreck auf die Tube, Ernie. Ja, steig schnell ein. Der wollte uns abziehen. Oh, du hast mich gerätet. Oh, je. Können wir jetzt zum Strand am Pier essen? Oh, Gott. Und schön. Wollten wir für Pinsen? Genau. Auf Mond. Du bist nicht Wonder Woman. Ja, du musst uns jetzt nicht jede fünf Minuten mit deiner Geschichte verlabern. Du hast überlebt. Freu dich. Feier dein Leben, Pinsen. Einbacken. Du solltest wirklich nicht in der Vergangenheit rumhängen. Ja. Mann. Konzentriere dich auf die Zukunft. Mhm. Jetzt sagt er gar nichts mehr. Da vorne ist ein Discount-Sort. Oh mein Gott. Der hat mich für eine Ehre genimmt. Aua. Mein Twinkie. Ja, was denn? Ja, siehst du nicht, dass da ein Shower-Feed ist? Schuhe-Reparatur-Laden. Kleinst erfunden. Oh, je. Das ist gut. Super. Komm, wir müssen den Pinsel einkleiden. Okay. Hey. Ach so, deine Krücken, du Krücke. Ähm. Ah ja, hier war ja offen. Da. Da. Das ist so ein Caddy. Was? Du brauchst neue Klamottenpinsen. Ja. 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 Stimmt. Also, den holt hast du vom Friseur, Oma. Vielleicht hat der für Twinkie auch noch einen. Hast du den mal gefragt, Twinkie? Hm, ich glaub nicht. Kaufe mir mal einen Rucksack, weil ich den jetzt tragen will. Okay. Ich zöne ein bisschen. Okay. Wer? Warte, ich hab ne Idee und du sagst ja oder nein. Lass dich von Twinkie und Oma beraten. Guck mal, was haltet ihr denn hier für einen Moment? Oh, ich hatte sie. Ja, das ist ja ein bisschen ausgefallen, aber, Moment. Ich mein, wenn man mal aus so ne hippe Party geht, dann ist das gar nicht verkehrt. Ähm. Hier. Was hältst du denn davon? Das ist aber schick. Vielleicht passt dir das auch, Twinkie. Wie heißt denn das, Oma? Regenjacke. Regenjacke? Regenjacke? Twinkie, guck mal. Regenjacke. Das heißt also Regenjacke. Amo Regenjacke, ja, ja. Amo? Amo. Amo Regenjacke. Amo. Ach so. Das sieht doch so aus. Ähm. Sagst du irgendwann Stopp oder irgendwie sowas wie, ist gut? Ja, zieh doch mal was von einem schickes an. Ja, was denn? Ja, nicht was irgendwie ausdrücklich war drei Tage im Wald. Was? Nee. Nee, das ist doch ein Bademantel. Das sieht doch schick aus. Ein schickes Hemd. Nee, Polo trage ich nicht. Das ist mit Kran. Oh, das ist doch ein schickes T-Shirt. Ist das die Regenjacke, Twinkie? Nee. Boah, das sieht auch cool aus. Ja. Ja. So ein richtig schickes Mantel. Wie Katar. Boah, gefährlich bin sie. Ja. Oder ich ziehe da dann, wenn sie fragen, wie war der Sturz, da ging die Weste. Boah, das sieht doch schick aus. Das sieht doch schick aus. Ich will mich ja bewegen können. Der Gips haben muss doch da durch. Außerdem. Das sieht auch cool aus. Dann bist du der Pinsel Hops, der Business Raster. Ist sie doch immer Hops. Also, ich weiß nicht, hier gibt es nur zwei Sachen, aber die heißen alle unterschiedlich. Guck mal, guck mal, wirklich Kamo-Regenjacke. Echt? Nein. Twinkie. Hallo, Woldi-Bär. Da haben sie auch einen Regen-Stream heute. Ich bin gemütlich hier. Du kannst noch ein Brille kaufen. Mit Brille, ohne Brille. Welche Brille ist das denn? Es ist, äh, The Fly. The Fly heißt die? The Fly, die Fliege. The Fly. The Fly. Ja, wir haben es echt nicht einfach mit den Klamotten. Nee, nee, das stimmt. Gefehl. Oh ja, wisst ihr, was da der Red ist? Es ist schön breit, dann passt der Gips am Durchum, man sieht mein Teddo. Gut. Hose. Oh, die Bananen-T-Shirt. Ja, also. Das wäre dann die Regenjacke. Ja, aber die sind cool aus. Guck mal. Hast du mal schon nach Hosen geguckt? Hosen. Es gibt da Mathe. Ich mach mal gucken. Kennst du eine Hose, die cool aussieht für mich? Ja. Hier die Rings of Indigo-Jeans. Guck. Ah, hab ich ein paar. Vielleicht du auch. Die Popcornhose sah doch cool aus. Wie? Da sind Blöbchen drauf. Nein, ich mein den Pinsel. Ach so. Was? Die Popcornhose. Oder die, die du jetzt trägst. Die sieht chic aus. Das ist eine Anzugshose, ist so eng. Da, die Popcornhose. Twinkie, 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 was ist da los? Nein, Twinkie, zieh mal die andere davon an. Die Farbe war nicht gut. Du sahst jetzt fast nackig aus. Du brauchst aber noch einen anderen Hut, Pinsel. Eine Mütze? Ja. Okay. 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 Vielleicht hat der Friseur ja einen Hut für dich, Twinkie. Übrigens, hast du schon gesehen? Ich hab mir gestern eine Glatze schneiden lassen. Guck mal. Oh, meine Haare sind nachgepackt. Scheiße. Dann war das doch Alpecin, was ich getrunken habe. Scheiße. Eigentlich hab ich mir gestern eine Glatze schneiden lassen. Boah, coole Sonnenbrille, Twinkie. Die ist richtig cool. Scheiße. Ich hab das gar nicht gemerkt. Wie heißt denn die Sonnenbrille, Twinkie? Eine Fly. Ja, du musst die echt machen, siehst du? Kauf dir die, die sieht fresh aus. Die sieht richtig cool aus. Die sieht super fresh aus. Hast du auch auf dein kleines Knubbelnäschen? Ja. Dann hat bestimmt der Friseur einen Hut für dich. Ja, weiß ich auch. Da müssen wir gleich gehen. Ich mach mir wieder Glatze. Morgen sind die Haare eh wieder gewachsen. Man kennt's ja. Boah, Twinkie sieht krank scharf aus. Oh, Pinsel sieht auch gut aus. Erst mal eine Zucker, warte hier. Ja. Ja. Ich nehm wohl eine. Ja. Ich nehm wohl eine. Hier spricht dein Vater Kenn den nicht? Hallo? Ja, du, ich kenne Ich erinnere Ich kenne keine Mützen Boah, das sieht so gut aus, Twinkie Danke Mein Hals Sollte mein noch weh? Ja Boah, ein Cowboyhut, ne? Oh mein, Twinkie, was machst du da? Oh, der sieht aber gut aus in Leila Der Hut? Forget about it I wanna be a billionaire So freaking bad Why I love the things I never had Cause every time I close my eyes So am verfeinig? Ja Boah, Twinkie sieht einfach aus wie Models Ganz andere Frau Ja Hast du ne Gamer Brille? Fahre wir noch zum Glück Okay Ja Ja Okay, auf geht Okay Okay Ich zieh meinen Hut auf, will drauf Warum kaufst du mir so nen Stachelhelm? Hab ich ne... Ich hab vergessen, mir nur zu stehen halten wieder an Dein Hintern sieht in der Hose richtig gut aus, Twinkie Ja Du, der Turtle hat aus dem Zoo geguckt Ja Hups Kannst du schwimmen, Oma Turtle? Sollen wir dich ins Meer werfen? Nee Willst du zurück zu deinen Schildkrötenfreunden? Nein, ich bin doch keine Schildkröte Doch Hoffentlich treffen wir den Horst heute nicht Den hab ich vorhin schon kurz gesehen Ja, ich auch, ich bin sofort abgehauen Und wer so aus? Das auch so n Dickerchen Der mit seiner Schwester, die Schwester ist übelst nervig Ach, da wo du mich angerufen hast Ja, genau die Hier ist der kleine Barbeschub Oh Gott Oh je Oh mein Gott Sooo Genau Perfekt Perfekt Okay Ich hoffe, dass ich irgendwann nicht im Krankenhaus das Ding lang darf Was ist denn? Warum nimmst du alles ein hier? Oh Mann, ich stehe hier im Clench Oh 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 Was ist denn dazu? Ach du Scheiße Ach du Scheiße Nee 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 Wie nennst du den Bob? Jamaika hat eine Bob-Mannschaft Jamaika hat eine Bob-Mannschaft Jamaika hat eine Bob-Mannschaft Ja also Das ist gut Das ist gut Das ist gut Ja 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 Ich finde den Afro super Ja der ist auch super Guck mal Ich habe eine Latsche gemacht Boah die Sonnenbrillen sieht echt sexy aus Ja oder Halt die auf jeden Fall heute Abend auf Mike Dankeschön für den Prime im 19. Juli Okay Sind wir alle durch oder Oder wie Was hat die Oma denn für einen Hut? Ich hab das Was? Microsoft Kunden Service Das Ja Oh das Oh das ist cool Da siehst du aus wie eine richtige Bube Okay Das sieht süß aus Ja Na dann nehme ich mein Hütchen ab Dankeschön für den Prank Ab und herz Willkommen Merci Bube Aber du guckst immer so als weißt du auf Crack Du guckst Du guckst Bin Psycho Ich bin überseitst du von meinen kurzen Frisur Von meinem Militärherfurt Ja Schick Schick Bin ich jetzt deine kleine süße Bowlingkugel Ja Okay Dann auch geht's Ja 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 So Dann komm Komm Du musst du dir von da oben an die Tür aufhalten lassen Wollt ihr den Horst mal kennenlernen? Ja Nein Lieber nicht Füße Oh mein Gott hast du nen Säckkorken ausgespuckt? Ich ruf mal den Brilli an Uiuiui Uiuiui Un freier Parkplatz Lernstehen bleiben wo du willst Ja bin ich Ich glaube nicht mehr auf Preis. Wer ist die Party? Die, äh, jetzt, aber die ist am PD, am alten PD, ne? Achso, okay, wie toll ist der Eintritt? Äh, ich glaube 2000, oder? 2000 Dollar! Warte mal, Q, was kostet der Eintritt? Was, 3500? 3500, haben Sie besoffen? Was? Ah, ja, okay, 3500 höre ich gerade. Ja, wir kommen, glaube ich, gleich mal vorbei, aber wir gehen nicht rein, wir machen eine draußen Party. Ja, okay, mach das. Du bist hier leer, ne? Ja, Willi macht die Türe. Okay, dann bist du gleich mal wirklich. Okay, bis gleich, tschüss. Also, da ist eine Party am alten Polizeirevier. Ich bin da auf der VIP-Liste. Und 3500 Dollar Eintritt. Die spinnen doch. Die spinnen, ja wirklich. Hallo, wir sind auch VIP. Ich kriege ich euch rein, wenn ich sage, ich stehe auf der Liste und das sind meine Freunde. Oder Bodyguards. Ja. Und ich bin verletzt. Ja, können wir machen. Aber ganz langsam, Tiki. Ganz langsam. Ja, wenn wir da sind, langsam anfangen. Okay. Wir können ja im Hotel packen. Du bist sicher, dass du deine Kontakten lernst und nicht zurücklässt. Nein, die Klappe. Meine sind gut. Wer will eine Party? Wer will eine Karawatte? Wer will eine Karawatte? Eine Zuckerwatte. Na, ich nehme doch immer gerne eine. Ach, Zuckerwatte. Ja, ich verteile einfach mal so. So. Danke. Super, danke. Der eine kriegt einen Donut, der andere kriegt Gummibärchen und... Oh, ich will einen Gummibärchen mit uns essen kann. Nein. Nimmt. Ich esse ja selber die ganze Zeit. Aber du siehst nicht aus, als ob du so viel isst. Ja, ich bin noch alt. Warum schmeißt du deine Hose aus dem Fenster? Wer braucht dich schon? Ich bin alt, ich nehme nicht mehr so leicht zu, weil das alles sofort immer hinten rauskommt. Äh, ich habe übrigens noch einen Spannfegel in der Hosentasche. Ja. Also ein Stück, was übrig war. Die Schnauze. Ja. Oder das Öhrchen. Ach so, ich dachte, du sagst du mir, ich soll die Schnauze haben. Das habe ich auch gedacht und ich habe es gefühlt, ehrlich gesagt. Nein, nein, nein. Warum sagst du mir jetzt so eigentlich die Pinsel? Ja. So drücke ich meine Zuneigung aus. Ach deshalb schreist du mich immer an. Ja. Finde ich nicht nett von dir. Gibt es hier irgendwo eine Trillette, bevor wir da hingehen? Ich müsste doch mal meine Vorlage wechseln. Wissen? Deine was? Meine Binde. Äh, nein. Tiki, das kannst du mit dem... Nein, ich kann das alleine. Ja, hier, kannst du hier hinkacken. Hier in der Ecke. Oh, Tiki. Äh? Geht hier hin. Ihr guckt doch nicht hin. Nein, ich guck doch nicht hin, du bist bescheuert. Ich gucke doch mal. Oh, shit. Das war der Pinsel, nicht ich. Was guckst du mich so an? Bist du nervös? Oh. Hm? Ja. Nee. Aber verdammt cool mit der Brille. Das stimmt. Ja, oder? Oh, komm, erzähl mir kein. Hey, ich wollte nur mein Fingernagel sagen. Kannst du meine Hinkogen? Du hinkocht. 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 Bist du hinkocht? 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 Äh. Ja. Und weißt du, wenn ich toll finde? Weinst du oder singst du? Ich singe. Ach, du wirst ein Koksacken-Essl. Hab ich gar nicht gesagt. Und ob. Und dos, tres, quattro. Shingü cese. Was macht sie? Wie macht Kürzechen? Na, ihre Winde wechseln. Heute ist ein komischer Tag. Du bist komisch. Du bist komisch. Du bist komisch. Du. Du denkst jetzt, du bist voll fancy mit deiner Sonnenbrille. Ich will nicht auch. Was willst du? Ich hab nix. Voll verändert hast du dich, seitdem ich hier in der Stadt wohne. Ach, das sagt der Richtige. Wo hab ich mich verändert? Auf einmal lässt du mich allein schlafen. Du, du, du ärgerst Polizisten, indem du von denen wegfährst. Was ist denn los mit dir? Ich bin gar nicht, hab gar nicht gehört, dass die hinter mir waren. Ja, 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 ja. Ich hab's dir gesagt. Hab keine Polizei geärgert. Ja, ja, ja. Außerdem, wenn das hier nicht das macht, dann wegen Pinsel, der schlechte Einfluss. Der hat mich auch zum Glücksspiel überredet. Also kann ich diese Freundschaft einfach nicht lange tolerieren, Pinsel. Reiß dich am Riemen. Genau, Pinsel. Reiß dich am Riemen. So nicht, also wirklich. Und diese Jennifer vom Taxi wollte gestern Shops ausrauben. Die hat heute Shops ausgeraubt mit dem Motorrad. Und dann hat sie einen Unfall nach. Und jetzt sind sie im Knast. Da gehört die auch hin. Mit ihrer Haarschneidermaschine. So, wir fahren langsam ab. Wo ist denn eigentlich dieser Club? Ja, da ist das Polizeirevier. Hat der Wille gesagt. Also, ich töne jetzt schon ein Auto. Meinst du, da ist so offen, kann mal einer gucken? Besser nicht. Wir können vom Hotel parken. Ei, 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 ei. Wir stehen schon seit heute Mittag hier. Ja, hatten aber einen aufregenden Tag. Perfekt, Trinky. Ich mach mal kurz die Musik aus. Okay. Ja, ich mach mal kurz die Musik aus. Vielen Dank. 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 ... 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 Du musst aber Treppen laufen. Ja. Aufstehen ist begehbar. Da oben ist deine Wohnung. Du würdest hier oben wohnen. Oh Gott, hier freiwillig nicht will diesmal. Wir haben auch eh voll. Hier oben kann ich nur mit Wühlen wohnen. Da ist ein riesiges Haus. Da sind ja zwei Wohnungen frei sogar. Ja, dann musst du dir doch nicht eine Wohnung in Winnie teilen Glück gehabt. Oh. Ich wette, Winnie wird zu Odehoma zörtel ziehen. Dann nehme ich die rechte Tür, weil links brennt Licht schon. Nein, da wird gerade Kern saniert. Da wird gerade Labinat gelegt. Und wir leben unten. Ja. Okay. Bist du echt müde? Fall nicht die Treppen runter. Pinsel. Was machst du? Rutschen. Er ist so gerade die Treppen runtergerutscht. Ich will auch rutschen. Oh, Erdmisschen. Pass auf. Ui. Bin ich gewünscht. Warum fragst du? Du weißt ja doch. Ich habe das nicht so ganz gesehen. Ist Pinky jetzt da rein? Nee. Ich hoffe nicht. Die ist in unserem Garten. Die denkt so, oh, kein Bock mehr. Bye. Bye. Have a good time. Wow, wir haben einen Garten. Ja, hier können wir grillen und so. Und wir haben... Haben wir einen Grill? Oh, guck mal hier. Titanic. Every night in my dream. Aber es wird schön hier. Ja? Wenn wir den Wasser schubsen. Seh ich nichts mehr. Ich bin der König der Welt. Arschbombe. Nein. Hintergrund. Oh, Twinky. Oh mein Gott. Twinky? Alles gut bei dir? Ja, alles super. Haben wir schon was gesehen? Das kann ich cooler. Mach mal Platz. Wacht ab. Nani. Oh mein Gott. Oh Gott. Arschbombe. War cool aus? Ich kann nicht stehen. Oh mein Gott. Komm, wir schwimmen. Hier kann man gar nicht. Bist du mit dem Kopf im Sand stehen geblieben? Oi. Ich war mal halt, du Schwimmer. Kommt rein. Das Wasser ist super toll. Mach jetzt mal Orca-Geräusche, Twinky. Ich setz mich hin. Ist das hier da alle im Wasser? Nee. Aber Blutigel. Twinky, was macht du da? Jetzt bin ich ein bisschen nass. Kennt ihr schon einen Wordpool? Wartet. Jetzt. Guckt mal. Wordpool. Jacuzzi. Oh Gott. Blubberbläschen. Oh geil, wir können sogar von der Brücke da reinspringen. Mach mal. Mach mal. Das Krücken. Ich hab doch Krücken, sonst fähle ich schon lange am Wasser. Du kannst doch auch mit Krücken schwimmen. Pinky, traust du dich fast von der Brücke zu springen? Aber nicht mit dem Gipsbein. Wie bitte? Traust du dich von der Brücke zu springen? Aber natürlich. Verrecklich. Boah. Warum Feigling? Ich hab das gesagt, natürlich. Ich bestimmt den ganzen Fluss leer. Mach mal. Okay, wenn ihr das wollt, darf ich einmal Entschuldigung. Danke. Dieser Moment, wenn einem so langweilig ist. Oh Gott. Oh mein Gott, du fällst gleich runter. Ja. Twinkie ist damals immer von der Kanalbrücke gesprungen. Oh mein Gott. Ui. Da wies ich mein Bein durch. Komm, Twinkie. Mach die Bälle. Wenn die Langeweile reinkickt. Wo ist sie? Oh, da. Oh, da hat sie aber lange getaucht. Ideal. Da kam aber ne Welle mit. Da hättest du drauf surfen können. Ja. Gibt's dir gut, Twinkie? Ja, mir geht's super. Wo rennt die denn hin? Die versucht gegen die Welle anzuschwimmen. Ich bin nicht. Eine elegante Wassernichse. Ja, nie wahr. Hättest du jetzt so einen Schwanz, dann könntest du Arielle sein. Ja, oder? Wir haben keine Hobbys. Nee, aber ich glaub, ich hab mich jetzt Sinn. Ja, mach das. Ich bin heute. Das lässt du hier, ne? Ja. Geht doch. Komm schon. Oh. Was denn? Was ist? Was guckst du schon wieder so? So, Klesch, Klesch, kommt in Roundhouse-Kick. Was denn? Wo ist er denn? Was denn? Ach, hier. Ach, danke. Hol den heute ab. Heute noch. Ja. Das geht doch netter. Wenn ich dann knallt. Das geht netter, Fräulein. Oh, er hat sich in den Arm gebrochen. Sei lieb zu mir. Ähm, mir. Sei lieb. Sag, hol bitte meinen Roller. Hol meinen Roller. Nein, sag, hol bitte meinen Roller. Hol meinen Roller. Nein, bitte hol meinen Roller. Hol meinen Roller. Nö, mach ich nicht. Ja, wie? Ja. Dann gib mir den Schlüssel jetzt. Nö. Du sagst, bitte, dann mach ich das. Du sollst nett sein. Du darfst nicht so böse zu mir sagen. Ja, ja. Ja, dann. Ich hab was verloren. Gib jetzt. Nö. Ich hab's doch bitte gesagt. Ich hol den. Davon. Na gut. Stell den vor der Haustür. Ja. Ja. Ja, okay. Ja. Ich hab dich auch lieb, ne? Ja, ich dich auch. Ja. Merkt man. Nicht. Wie gestaucht. Mama, was ist denn los? Okay, mir reicht. Wir fahren jetzt alle zusammen auf den Berg. Nein, tun wir nicht. Es reicht. Es reicht. Ich war auch schon auf dem Berg. Geh schlafen. Geh schlafen, das tut dir gut. Dann bist du morgen gut drauf. Dann darfst du dich in den Berg sprechen. Ich hab auch schon deine Schnuffeldecke hingelegt. Weißt du, die eine, die so klebt. Na, 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 na. Das darfst du nicht. Sein Lieb zueinander. Genau, Oma Töte, sag mal was. Die behandelt mich schlecht. Ihr sollt beide lieb sein. Und ich schlägt mich. Er ist angefangen. Ich schlägt mich. Du bist nicht fest. Du hast angefangen. In einer guten Ehe, da müsst ihr euch beide vertragen. Und ihr müsst beide nett zueinander sein. Ja, ihr ist aber nicht nett. Es ist immer so oft gegenseitig, Kälpe hohen. Ihr ist aber nicht nett. Bin ich wohl. Wann war ich böse? Du warst schon voll auf böse. Ja, aber heute? Ja. Heute hast du mich allein schlafen lassen. Boah, du gehst mir so auf den Sack damit, ne? Ja, mir ist mal nicht passiert. Du hast Heier gemacht im Hotel. Ich hab nicht Heier gemacht. Hast du wohl? Ich kann nicht. Hast du wohl? Ich komm. Ich komm. Geh nach Hause. Geh schlafen. Oh, Mann. Hau rein, Speckbäckchen. Hau rein, Pudding-Teigchen. Und hau rein, Pinsel. Hau rein, Pinsel. Hau rein, Oma. Hau rein, Speckbäckchen. Mach's gut, Tinkie. Schlaf gut. Soll ich aus dem Weg gehen? Wollt euch treffen in der Mitte? Sie ist ungut. Ruhig dich. Warum soll ich mich jetzt schon wieder beruhigen? Mach es gut jetzt. Boah. Komm, mach diese Scheiße. Gute Nacht. Der Schlüsselloch ist auf der anderen Seite. Oh, Mann. Du versuchst da gerade den Briefkasten auszumachen. Ja. Hau rein, ne? Ja. Bis nachher. Gute Nacht. Komm schon, geh auf. Der Schlüssel passt nicht. Ja, du musst auch einen Zahlencode eingeben. Oh, super. Wie ist der? Unser Hochzeitstag. Ja, wer hat's bald? Ja, wer hat's bald? Hast du das vielleicht im Handy eingetragen? Guck mal im Kalender. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Der Hai. Ach klar, das war doch... Scheint blöd für dich zu laufen, Twinkie Nein, 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 ich krieg das hin Ich verwechsel das nur die ganze Zeit mit Geburtstagen von Pinsel zum Beispiel Wann habe ich denn? Wann habe ich denn Geburtstag? Das war doch bald, oder nicht? Ja, auf jeden Fall einmal im Jahr Ja, genau, auf jeden Fall dieses Jahr Ja, dann gib doch mal den PIN-Code an, damit du durch die Tür kommst Wann habe ich Geburtstag jetzt? Wann bin ich? Wann bin ich? Unser Hochzeitsklar, das ist doch einfach Ich stehst ja immer noch, ja Ja, ja, frische Luft tut mir gut, weißt du Was für eine tolle Luft, ja Soll ich dir helfen? Nein, nein, geht schon, geht schon Du musst schon diese Knöpfel drücken Ja, ja, ist mir schon klar Ist mir schon klar Das klemmt einfach nur Eigentlich klemmt das nicht Ja, ja, doch, doch, doch Das klemmt Oder versuch du es doch mal Versuch du es doch mal Ja, ich will da nicht rein Ja, willst du nicht ein Gentleman sein? Nee Ich will nicht rein Okay Was leuchtet denn da immer so rot auf? Ja, gar nichts Was machst du denn da? Ja, nichts Entschuldige mich mal kurz Dann darfst du dreimal den PIN-Code falsch angeben Dann kommen die Kups Habe ich nicht einen Telefon, Joker? Nee Wem willst du denn anrufen? Ja, keine Ahnung Ich weiß sogar, oder? Das ist ja nur Ja, wenn du weißt das Ja Oh, wirklich? Ich natürlich auch Bin ja nicht dumm Nein? Ich stehe jetzt schon seit einer Völkstunde hier Kommt am Anfang nach eins? Nee 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 Natürlich nicht An welchem Tag haben wir geheiratet? An welchem Monat? An welchem Monat? Dienstag Ja, an welchem Tag war das? Dienstag Ja, welcher Tag? Das ist eine gute Frage Datum Der Dienstag, der Dienstag der des Monats Der Ja, ja, klar Ich weiß das schon Du brauchst mir nicht Warte, an dem Tag waren wir auch bei KFC Ich komm klar, okay, ich komm klar An dem Tag waren wir das erste Mal bei KFC KFC Achso, sagt das so aus Ja Tschüsschen, Freunde Tschüss Die Frau setzt Prioritäten Wallah, die hasst mich Das Schlimme ist, dass die das Datum auf dem Unterarm tätowiert hat Super Ich fühl mich geliebt Ich fühl mich geborgen und geliebt Ich hab übrigens gelogen, ich hab keine Ahnung Egal Sie auch nicht Ja Okay Weißt du, wann ich Geburtstag hab? Na klar Am 20.04. Nein Doch Nein Wann hast du denn Geburtstag? Am 7. Juni Juni? Ja Wann hab ich Geburtstag? Ähm Lass mich schon überlegen Ähm Hallo Party, Paolo Hallo Party Nimm mal einen Tipp Und Schwarzlappe, danke für den Prime im 15.03.00 Danke für den WeSlappe im 15.00 Dreh ich schon ein August Das ist ein guter Tipp Dann weiß ich's auch Ja, wann denn? Ähm Wann hab ich Geburtstag? Ähm Bist ein echt mieser Freund Bist ein echt mieser Freund Darf ich raten? Am 20.04.00 Nein, falsch Ich tipp den 25.00 Ja, die Oma hat recht Und die kenn ich jetzt seit gestern Aber ich hab auch geweiht Oh ja, die das wohl weiß Ich bin allwissend Ja Komm, wir wollen ab Ja Ja, ja Wir holen dich denn der hier in den Roller gleich ab Wo steht denn der? Der steht hinter nur noch im Pool Sheriff Department Kannst du einen Roller fahren? Komm Weiß ich nicht Ich kann Autofahren Ist das so episch wie Autofahren? Wir holen ihn, du fährst den Roller Was kichest du denn so? Bruder, mach das nicht Das gibt übel Ärger, Alter Mach das nicht Das gibt Ärger, Junge Oh mein Gott Oh mein Gott Oh, das riecht nach Urlaub Das riecht richtig nach Urlaub Das riecht richtig nach Urlaub Oh mein Gott Oh mein Gott Oma, löschen, löschen, löschen Löschen Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Das habe ich auch so noch nie erlebt Deja vu Es ist so beleid Das ist so ein Knallkopf, ne Junge Ich sag euch nicht, was war, hier geht petten Ist das schlimm? Ja Okay Aber wir haben ein Schlieb Darauf komm schon, das zählen Oh, ist das hier dein Autopinsel? Oh ja, stimmt Ist das dein? Ja Sicher? Ja Warum steht das hier? Das hat Alejandro gefahren Alejandro? Alejandro, ja Das war mein bester Freund, bevor er Nee, ist aber nimmer aus dem Zimmer gekommen Und dann war er wieder da Und hat für mich gesungen Wieso hockten dann kochen? Hallo? Hallo? Guten Abend Hallo? Wie viel? Kann man Ihnen helfen? Wir sind einsam Hört der Musik? Warum wippt der so mit dem Bein? Hallo? Ähm Ist er eingeschlafen? Ja Ähm, ja Da ist er doch Ne Uiuiui Da ist der Roller Ich mache den an, Oma Wo soll ich damit hin? Ja, zu unserem Haus nochmal Na, ob das was wird Wir fahren dir hinterher Nee, fahr mal vor Ich weiß nicht, wo das Haus ist Achso Runter da Oh Habt ihr so gut die Lampe gemacht? Mhm Vielen Dank Auf geht's Die Bubba auf den Koller, Alter Was? Ja Zum Glück hast du dir das Ding schon abgeräumt Sonst wären die dann nicht durchgekommen Ja Komm, wir fahren ganz schnell Oh, die fällen ist gleich hinten rauf Der ist jetzt nicht so schnell Scheiße Ach Man denkt Die Laie zieht sich jetzt das Handgelenk aus Du dreh die am Knall auf Meinst du? Oh Mann Ist jemand Ist er da? Weiß nicht Kannst du nicht mehr sehen Deja vu Jetzt haben wir alles abgehängt Spätestens Wir machen den Trick Ich hab guter Aum Scheiß Grün Jo 360 Grad auf Richtiger Kickel Boah, wir müssten ja einen eigenen Roller kaufen Ja Ja, man sollte immer nur Overwatch Ach Was machen wir heute noch, Schügges? Ja, hab ich mich gerade auch gefragt Ja Alle sind Die haben alle Spaß zu 20. PD zu stehen Ja, im Kreis Ja Deja vu Ich pack den schon Stell den weg vor die Tür Du hast gute Augen oben, Entschuldigung Ich hab ne Brille mit 10 cm Gläsern Die sind ziemlich dick Du bist dick Nee, nicht du Was ist das für alles, du Blätter hier Scheiß Kacki in den Stellen Ja, was können wir jetzt noch machen? Das ist ne gute Frage Die hat die Kinder County versteckt Oh Im Handschuhfach Aber der ist doch abgespielt Hä? Ist doch besorfen Was können wir jetzt noch machen? Ähm Oh, jetzt hat die kein Internet mehr Toll Das war's mit Glasfaser Jetzt schläft die im Dunkeln Ja, die sind alle auf dieser komischen Party, ne? Ja Also wir haben oben noch ne Wohnung frei, Oma Turtle Ich dachte, da wohnt der Willi Nee, nee, der Willi hat sein eigenes Haus Aber du hältst den Pinsel als Nachbar Ich wohne da oben Ja, aber auf der linken Seite Ja, also wenn den Pinsel das nicht stört, dass ich hier und da noch mal ne Bildhüte mit meinem Windeln vor die Tür stellen muss Solange du abends kein Hardbusters Nee, was ist das denn? Ja, ruck, ruck Nein, ich schlafe in den Stein Alles gut Aber vielleicht soll dein Schlafzimmer woanders sein als meins Nee, da ist die an derselben Wand liegen Kannst du mal da neben dem Auto halten? Das schlägt schon länger Wenn ich meine Hörgeräte rausmache, abends höre ich sowieso nichts Na Pinsel Uiuiui Kommt mal Der Der kommt aus dem PD So gut Guck mal, hier ist ja ein Spaß seines Lebens Und das ohne Kreis sogar Ja, ganz alleine Oh Ein Superartist Mein Gott Ich habe gar keinen Bock Guck mal, wie es aussieht Was ist denn hier los? Komm mal gucken Nein, geh nicht gucken Es gibt, glaube ich, härter Und es kommt noch härter Wir wollen über die Erde regieren Unseren einen Start kreieren Die Liebe und Wahrheit verurteilen wir Ja, wir machen das wollen wir Das wollen wir Ronny Peanut Und Oma Das sind Wau Team Huckaloo Marni Süßes Hütchen Tuffi Das sind Tuffi Mit Tuffi 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 macht unseren Tanz Ja, genau Ja, genau Ja Da ist er tot Oh, ich bin im falschen Film. Hallo Tofi-Fee. Feiner Hundi. Die haben bestimmt Hunger. Hundi. Oh, der macht den Spiegel kaputt. Hat der jetzt einen Molotov-Gottel geschmissen oder hat? Willst du mich verarschen, Junge? Das ist doch nicht... Halt's den Haul, Alter. Der wird vom Molli geworfen. Das kannst du doch keine Sau erzählen, Alter. Finde das kurz in meinem Schuh. Der schreist einfach auf den Molli, Alter. So, oi, 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 oi. Oh mein Gott, Alter. Comfy Raptors. Dankeschön, Felicia, am 29. Vielen Dank. Hier riecht man Dinge. Ja. Geht unter keine Kuhhaut. Oh mein Gott. Penzel? Penzel? Ich glaub, der macht gerade ein kleines Nickerschiff. QB, Dankeschön für die Re-Sub im 15. Sorry. Die Reisen von denen sind geplatzt. Ja. Das juckt den aber nicht. Nee, das juckt den. Der Hund hat gerade einen Molli geworfen. Immer von Fehler. Verholt dich, verholt dich. Halt mir schon die Nase zu. Ah, schön atmen. Ein und aus. Werf ja keinen Molli. Der Hund. Der ist ein Feini. Jake, was machst du denn da? Ein großer. Ah. Ey, Penel, du wirst ein Molli. Nimm das. Komm rein in die Diskothek. Aha. Drus, grub. Auch, Jake. Rennfischer hinterher. Rennfischer hinterher. Ja, Feine, Tüffi. Ja, das ist ein Wolf. Oh. Ja, das ist ein Wolf in der Lagerhalle. Jack, wie wärs mal von der Straße runter? Das ist ein Werwolf. Ein großer. Wie wärs mal von der Straße runter zu kommen? Tüffi, warum hast du einen Molotow-Cooktail auf mein Auto geworfen? Oh, da kommt was Großes. Tüffi. Ich hab ja auch schon mal gesagt, wenn dann beide Seiten. Ich hab im Fernsehen mal so'n Radiohund gesehen. Schon fast das gleiche Niveau. Ähm. Kommt mal, runter von der Straße. Komm. Kommt mal, ich hab's mal. Schal. 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 Der heißt schon, der Typ, der mich ignoriert. Assi. Mensch. Kommt mal, ich hab's mal. Kommt mal, ich hab's mal. Kommt mal, ich hab's mal. Puh weg. Oh Mann. Hallo. Hallo. Und wie heißt der Hund? Kannst du dein Name sagen? Weil mich wundert hier nix mehr. Ich glaube, der heißt Jack. Jack? Oder so? Jack Sparrow? Okay, pass. Warte, wenn du Jack heißt, mach mal Flickflack. No. Okay, Jack ist falsch. Wenn du Thorsten heißt, dann... Oh, nee. Wenn du Thorsten heißt, mach nix. Brav. Hallo, Thorsten. Der hat mir gerade echt seine Hundemarke gezeigt. Oh, Mann. Ach da, der hat doch eine Hundemarke. Der heißt Jake. Jake. Da war doch Jack fast richtig. Und zu wem gehörter? Ich glaube, zu den Medizinern. Und zu dem in die Meise holen. Das ist schade. Oder zu irgendeiner Gruppe, die Dings wirft. Mullis. Ja, zu Terrorist. Sag das nicht. Oh, der wird fast angestellt. No. Ich wollte Territorium sagen. Das soll ich... Kann der sich auch totstellen? Pew, 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 pew. Pew. Bin ich ein Star Trooper, das habe ich nicht. Pew, pew, pew. Äh, kommt der denn noch selber raus? Weiß. Hallo, Charles. Hey, hässlicher Vogel. Weiß? Du musst du das machen und machen. Charles? Ja, mhm. Hallo? Hast du Lucky surfen? Peng! Hallo? Pew. Okay, Charles, rutsch mal im Buckel. Pew, pew, pew. Hm. Ja. Hm. Das tut mir nicht gut. Sollen wir mal wieder zur Werkstatt? Was war das denn? Gesundheit. Dein Gebiss ist rausgeflogen. Das liegt da vorne. Was ist rausgeflogen? Dein Gebiss ist rausgeflogen. Oh, planen Sie nur frei. Hol das mal. Komm her, wir gehen zu uns. Oh, kack. Ja, bist du mit? Das hat gefälscht. Lass mein Gebiss. Ich hasse auch nicht. Der Hund hat es geklaut. Lass mein Gebiss. Was ist los? Pfui. Der Hund hat ein Lächeln wie ein Immobilienmakler jetzt. Jake, ich hab dir schon mal gesagt. Wenkel, bis wir noch mit Holz haben. Hat der uns sein Haus verkauft? Ansonsten lohnt es sich nicht für uns. Bestimmt war das so. Kauf das Haus, aber ich schmeiß Molly auf dich. Ja, geht dir noch Party? Na, tanzen doch nicht. Ja, Mann. Du siehst sie doch. Da sind sie noch drin. Haben Spaß. Oh, der ist einfach rumgefallen. Hm, guck mal. Beide. Hast du den Hund angepuckt? Nein. Weißt du, was mich interessiert? Oh, war ich das oder der Hund? Ich weiß nicht. Oh, war ich das oder der Hund? Wie prügeln die sich? Halt die kurz. Angriff. Oh, nein. Was? Kann auch nicht beißen. Warum denn? Nicht gut. Hallo. Du bist es wieder, Omi. Oh, die Dame aus dem Krankenhaus. Hallöchen. Na, wie geht's dir? Gut, gut, gut. Und selber? Ich hab dich vermisst. Ist das ein Eiche? Ich hab dich auch über die Straße gebracht. Wie, bitte? Hat der Herr dich gut über die Straße gebracht? Ja, klar. Huck, pack. Kann ich dich mal einfach mitnehmen? Nee. Oh, me. Nimm mich, die kann man nicht einfach so mitnehmen. Du darfst die nicht klauen. Sei ruhig, mit dir rede ich nicht. Sei du ruhig. Laufendes Chicken Nuggets. Halt die Klappe, lauf nach dem Becher. Was willst du eigentlich? Was willst du? Ey, du bist fettlos. Alter, ne? Sag nicht fettlos. Ja, du bist nicht nur ein Fettklopps, du bist mehr als Fett. Ich bin dick, du bist hässlich. Ich kann abnehmen. Was kannst du? Gar nicht. Geweck mir deinen 5-Zungen-Piercens. Er macht mich fertig, Omi. Mag ich gar nicht. Ihr macht euch gerade gegenseitig fertig. Ja, Omi, er mag mich gar nicht. Stimm nicht, stimmt nicht. Ich bin hässlich und ich bin fett. Du wolltest uns abstechen. Omi, was sagst du jetzt? Omi, ich fand das witzig. Omi, ich fand das witzig. Omi, ein Feiner. Omi, hast du Kekse? Omi, hast du Kekse? Na klar, ob ich Kekse will sein. Oma, die kriegt keine, die ist böse. Ach, von mir kriegt jeder Kekse. Nein, dann gibt die denen aber die Kekse mit den Fußnägeln drin. Hier. Danke. Ach ja, man sieht. Hast du gekriegt? Ist schnell, schon fast verlaufen. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum er fett das. Ja, weil ich was Frust esse, aber ich bin mal so ein hässlicher Mensch wie dich. Also, ich glaube, dass du einfach nur Frust, weil du Single bist. Hast du dich mal angeguckt? Ganz ehrlich, Alter, was willst du eigentlich? Weiter, Alter. Ich fett dich jetzt hier. Ja, du fettst, geh nix. Junge, ich muss nur noch ein Bein stellen. Du fettst, geh nix. Du fettst, geh nix. Du fettst, geh nix. Du fettst, geh nix. Halt die Klappe. Okay, steht jetzt zwei, eins. Hast du dich gerade über Fette lustig gemacht? Ja, guck ihn dir mal an. Hast du mal im Spiegel geguckt? Die platzen weg. Ja, tatsächlich. Dein Zahnlücken kannst du im Finger stecken. Zahnlücken habe ich tatsächlich nicht. Ja, hast du auch. Aber ich würde dir auch einen Zahnarzt empfehlen bei dem Mundgeruch, den du hast. Ja, warum habe ich wohl Mundgeruch? Ja, weil Sophie ist zu fett, sagt. Nee, weil ich dich geküsst habe, als ich so ein Penn war. Sag mal, Ronny. Was? Verschwinde. Omi. Füßenbreit. Tante Scheiße, sie ist zu wenig, sie ist zu viel. Wie bitte? Hast du auch Milch? Nee. Ich habe keine Milch dabei. Warum haust du dich? Oh, voll eine Milch einlegen. Ronny. Was soll denn das? Ronny. Ronny. Warum haust du dich, Alter? Ich soll dir von dem, dem. Es tut mir leid. Ich weiß gar nicht, wie heißt ich, ne? Wie hieß denn der? Der Typ, der so bei euch im Taxi arbeitet, der so... Oh, er laber mich das schon. Hä? Lass den Pinsel in Ruhe. Hä, was ist mit ihm? Bishop, bist du's? Ja. Achso, wie siehst du denn aus? Ja, war natürlich unterwegs. Ich habe heute den ganzen Tag Ronny gesucht und dann ist mein Anzug kaputt gegangen, weil ich war unchilliert, war lustig. Ja, warum hast du den Fertzeug nicht mitgenommen? Wegen ist er abgenommen. Warum geht die eigentlich alle immer nur aufs Gewicht? Echt so? Ja, da bist du überhaupt gar nicht lustig, du Gangbanger-Pokal. Ja, weißt du, er geht auf mein Auszug. Halt deine Schnauze. Was willst du eigentlich? Willst du das gefetzt werden, oder? Du bist ein Wanderpokal. Halt die Klappe. Ey, ich sag dir, wie es ist, ne? Halt die Klappe. Hör mal, Ronny, du fackst mich richtig ab, verpiss dich jetzt. Ronny, warte, ich verpiss mich in nirgendwo jetzt. Rado, denk nur, weil du eine Gang hinter dir hast, du Wanderpokal, bist du stark. Halt deine scheiß Schnauze. Was beleidigst du mich jetzt? Ja, was gehst du mir für den Sack? Du hast mich als erstes beleidigt. Halt doch die Fresse und geh einfach weg. Nein, ich halte meine Fresse nicht. Doch. Nee. Du bist also zu sagen, ein Stück Scheiß, dann erbest du nicht. Du willst deine ganze Zeit auf ins Gewicht gehen. Ja, du gehst auf mein Aussehen. Halt's Maul, dein Stuhl knackt. Verpiss dich einfach. Nein, tu ich nicht. Doch. Nee. Doch. Nee. Herr Frischöpf. Ja. Aufregend. Ah. Ah. Es freut mich, dass es dir gut geht. Ja, danke. Ich hab dich vorhin gesucht. Jetzt mein Gleichscheiß mit der. Ja. Was ist denn passiert mit dir? Immer wenn ich die sehe, sagt die immer, ich bin fett, sag ich bin fett, ich bin das, dies. Wie, weil ich das fehlt? Du weißt auch, wie das ist, wenn Leute aufs Körpergewicht gehen. Ja, die sollen das Maul halten. Guck mal, du kannst abnehmen, was kann sie? Nix. Guck mal, du kannst abnehmen, was kann ich sagen. Ja, siehst du? Kein Spannentang. Das hab ich dir gerade auch gesagt. Warum, was ist denn bei Mount Chiliad passiert da? Was war'n da? Nein, was war'n da? Ähm, der hat nix gegen die Westen. Ja, fack mich da, das ist immer dieselbe dumme Scheiße. Ah, meine Schulter. Nee, ich darf nicht über den Berg sprechen. Warum? Er hat nur sacht, ich ist langweilig. Oh, okay. Ja. Ja. Gut. Wie war der Tandem-Sprung? Ja, ging nie weiß, das war'n. Ja, gut. Ja, gut. Ja, zum Glück hat er überlebt. Ja. Ja. Ja, wir haben sie noch gesucht, wir haben uns Sorgen gemacht. Yo. Ey, yo. Ey, yo. Ey, yo. Was geht's? Gut. Wir haben mich dann gefunden. Hey, Fischer. Ja. Hoffentlich hast du's ge... Oh Gott, ich erkenne dich nicht. Ja, denn hoffentlich hat sich das gebrochen, ne? Ich finde es mich auch nicht mehr wahr. Und du bist das zuldig da. Nächst mal machen wir einen, aber ich hätte keinen anderen Fall schon. Wieso? Hoffentlich wieder vor dir. Na, weil... Was passiert dann? Der hier hat sich verknoddelt, sagt man. Ich hoffe, sie haben nicht den Rucksack genommen mit dem Fischernetz. Ich weiß, denn auf jeden Fall bin ich runter wie ein Stein. Und vor allem mit dem Netz vom Telefon. Oh. Ha. Ja. Das mal hinlegen. Verdammte Scheiße. Ja, vielleicht soll ich mir das nächste Mal so was sagen, worauf man Sicherheitsvorweise oder wie das heißt. Haben wir doch gesagt. Wie heißt. Nimm den Tonbeutel, spring runter. Ja. Das reicht nicht. Vielleicht ausführlicher. Ja. Mit... Nimm kein Essen mit und trinken und so'n Zeug. Wenn wir trinken was. Was? Hört. Wie auf dem Weg zum PD mit der Gatlingern? Wo? Geil. Ich weiß, ich weiß nicht. Bekomme ich die Gatlingern? Äh, ja. Was soll ich trinken? Trinken sollst. Rubble, Bubble. Der harte Stoff. Der harte Stoff. Der harte Stoff. Was, jetzt krieg ich jetzt ne Ansage? Ne. Wieso? Ja, weil du gefreundet mich die ganze Zeit beleidigt. Und du beleidigst mich, du Fetzlar. So, da, schon wieder. Ich hab doch schon wieder da heute die ganze Zeit beleidigt. Gott, ist die Musik da grausam drinnen. Ey, Omi kannst du mal diesen hier mal richtig zuweisen, so richtige Omis Banks geben oder so? Omi denkt, by the way. Omi denkt, by the way. Bitte, was? Omi, was? Ihr seid doch alle erwachsen. Bei dem wär ich mir jetzt wieder meine Kugel. Der Händler ist jetzt besser. Oh, laber mich doch nicht wohl. Komm doch einfach. Oh Gott, wir haben einen Kreis geformt zum Schluss. Ich glaub das ist hier grad Mobbing in beider Richtungen. Ich hab mal einen Rückzug. Wo denn, wo willst du hin? Wo lang? Was? Ich weiß noch nicht. Aber raus aus dem Männerkreis. Was denn? Er wär raus aus dem Männerkreis, man. Jetzt haben wir wieder ein Kreis. Ein Dreieck. Ne, jetzt ein Dreieck. Ja, geht. Aber ich hör die noch. Ich muss hier rüber. Jetzt besser. Jetzt haben wir ein Dreieck. Ein Mensch werden älter. Du musst noch was trinken, Pensel. Dein Stimm ist grad nicht. Oh. Du hast dich an, als ob du Popcorn im Hals hast. Es ist in der Welt wie 30 geworden, man. Okay. Nein. Oh Gott. Was läuft denn da für Rosé? Nein. Ja? Und da. Ich hör nix. Zum Glück. Okay. Verdammt der Scheiße. Benutz das Wort nie wieder bitte. Hör die noch. Oh mein Gott. Ist das so schlimm. Ich will die nicht hören, Oma. Das ist so schlimm. Ich will das nicht hören. Das ist grauenhaft. Oh, du bist weg hier. Nein, nein, nein. Ich wollte nur weg von denen. Zieh mit. Nice. Erzähl weiter. Der wurde angemacht. Oh. Wie ist das? Ich mag die nicht mehr. Die beleidigt mich immer. Die ist komisch. Ja. Der wollte mich auch. Die hat mich keine zwei Sekunden gekannt und wollte, dass ich die adoptiere. Er sagt doch, es ist ein Wanderpokal. Springt vom einen zum nächsten. Richtige Scharfschütze. Bin sie, geht's dir gut? Ähm, ich weiß nicht. Doch. Besser? Hast du was getrunken? Ich mach Nackenmassage, dann wird's besser. Oh, ich hasse nicht. Mit Happy Nill. Gut. Was? Mit Happy Nill. Nein, nein. Ohne Happy Nill. Ohne Happy Nill. Ohne Spielzeug. Guck, mir das hilft. Guck, mir das hilft. Ich versuch zu schnurren wie ne Katze, aber ich bin halt einfach... Tja. Ja. Ja. So. Mal weg. Gut, du musst rein. Ich glaub, ich geh jetzt. Aha. Jo, ist spät. Ja. Spätestens da. Uff. Ich will nicht rumstehen. Mhm. Manchmal gibt's solche Tage, manchmal solche. Mhm. Ja. Ja. Wollt ihr auch nach Hause? Ja. Ja, die sind ja alle nur noch da im Kabup. Ja, ich will da nicht rein, das ist doof, ja. Ja. Hier hängen mir zu viele Gingste ab. Weißt du, warte, ich komm mit ins Bett. Okay. Und du? Ich geh ins Hotel schlafen. Wo ist denn dein Auto? Beim Parkplatz da. Am Park. Soll ich dich da hinfallen? Äh, ich konnte mich gleich beim Hotel rausschmeißen. Ist sowieso mega. Okay. Ich mein das nicht ernst, aber es fackt halt einfach ab, Alter. Genau wie gestern bei dem Crash-Debby so. Du wirst permanent irgendwie leidig und ist sehr dumm. Ich soll anrufen und mich melden. Wenn man so Witze macht, okay. Wenn man merkt, der andere halt auch Spaß macht. Ja, ich bin der Typ mit dem Helikopter, die Sache. Der war eine Ampe. Der Typ mit dem Helikopter. Wie, du hast keinen Plan. Ich dachte, die ganze Stadt ist doch nach mir. Liebe Trüger. Guck mal, was ich mit Schlumpfine gemacht habe diese ganze Zeit. Ich hab kein Funkgerät. Diese Witze machen und so, die hat darüber gelacht. Da wusste ich okay. Ich bin halt lustig. Ich bin halt lustig. Okay, dann sag irgendjemand anderen bescheiden. Ronny, Hopps. Ist halt nicht lustig dann. Links. Lebt. Keine Ahnung. Ja, gestern bist du falsch gefahren. Ich dachte, ich saß dir noch mal. Ui. Ja. Ja. Oh, der hatte Bock gerade. Das habt ihr nicht erlebt. Ja. Okay, Roma. Okay, vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Gute Nacht. Hau rein. Tschüss. Hallo. Hallo, Kuh. Bye. Guck mal, genau neben dem Drogenhändler. Was ist denn? Nebendran, was ist denn? Ja. Pharmacy Drugs. Das ist aber doch kein Drogenhändler, oder? Aber was steht da drauf? Heißt Drogen nicht auch Medizin? Es gibt doch auch einen Drugstore. Schreiben wir nicht so, ich weiß nicht. Ich auch nicht. Ab mal nach Hause. Ich hab's mal. Meinst du, der Aschenbecher? Keine Ahnung, Aschenbecher. Ich find's blöd, wenn Leute so jemanden mit dem Bauch ließen. Ja. Man kann ja lustig sein und ich versteh das auch Spaß. Ja. Aber die sich einfach beleidigen und so tun, als wär man irgendwie unentastbar, nur wenn man zu asozialen gehört, zu irgendwelchen Gangstern oder so, und denkt man hat Schutz und man kann sich alles erlauben. Ja. Das geht nicht. Ich lass das nicht mit mir machen, ich weh mich. Ja, ist ja auch richtig. Auch wenn ich nicht zur Verteidigung mit meiner Pistole schießen muss. Wenn ich sterbe, ist das so. Dann geht ein lebenslang ins Gefängnis. Ja. Würde ich genau so denken. Penalty. Du, 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 du. Ich wusste, was du sagst. Oh mein Gott. Hier wohnen wir doch gar nicht. Aber wo ist dein Auto? Willst du dein Auto nicht noch holen? Ich kann nicht fahren. Wen? Ich kann nur jetzt nicht fahren. Ach stimmt. Ich hole mir ein Taxi. Kostet ja nichts. Stimmt. Ach. Ganz ruhig war aber am Ende doch nur ein Kacktag gewesen. Ja. Ich hab mir den auch anders vorgestellt. Ganz ehrlich. Ja. Mein Taschenabholen. Oh. Ich dachte schon, der macht Drive-In bei uns. So, Pinsel, du musst nach oben. Ja. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht und danke fürs Suchen. Ja, du musst immer schon wieder was trinken. Das kenn ich. Lick mich mal. Oh mein, was ist das denn? Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich will nicht mit Sprechen. Ja. Hade Kuh. Wohne ich rechts oder links? Ähm, rechts. Gut. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ähm. Ja, heute hattet ihr euch einen ruhigen Tag, ne? Schüsse aber festmachen ja. Eieiei. So, Rem immer der Letzte. Heute hatten wir einen ruhigen Tag. Leider ging heute nicht so viel. Bisschen zu ruhig für meinen Geschmack. Finde ich. War schön heute, ja. Schön ist es immer. Aber wenn du solche Tage hast wie mit der Party da und so. Weiß nicht, die Leute sammeln sich dann da. Ganz viele Crashes und so. Finde ich nicht, äh. Finde ich nicht so cool dann. Green Russack, dankeschön für den Prime noch im 39. Monat. Merci. Boah, hosten wir jemanden? Texas ist halt da. Was macht der denn gerade? Machen wir 20 Minuten Erschluss. Ich glaub der... Keine Ahnung, wir machen einfach Texas, egal. Ist immer das Abendprogramm. Nur einfach Bett. Ja, für die Leute, die ins Bett gehen wollen, gehen halt ins Bett. Und für die anderen dann einfach Texas. Das ist ein bisschen Koppelbe. Ich wüsste halt sonst jetzt nicht wen. Ähm, vielen lieben Dank für heute. Dankeschön für den Support. Danke fürs dabei sein. Wir sehen uns nachher wieder. Mit hoffentlich ein bisschen mehr Action. Und das sind ein bisschen zu normal nicht. Und ähm, dankeschön. Und gute Nacht. Lasst euch nicht anquatschen. Immer Twitter, Discord im Blick behalten. Wenn wir das da aufschreiben. Tschüss. Gute Nacht. Und Zeitumstellung. Ich fand das jetzt nicht richtig. Ja, danke schön. Tschüss. Gute Nacht. Bye. Have a good night time. Tschüss. 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 Tönen Katz. Wir haben uns hints.